So, Hallöchen und Willkommen zum Shisha-Cast Episode 26. Wieder dabei natürlich der Alex. Moin Meister. Einen wunderschönen guten Tag, finde ich dir Marvin. Also wunderschön ist ja zwar nicht so ganz, ich hatte nämlich heute Beine. Ich muss sagen, also Beintraining ist ja eigentlich immer so meh, aber mittlerweile macht es mir echt Spaß. Ich hatte richtig Bock heute sogar. Ich glaube, ich muss erst wieder reinfinden in die Hassliebe. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, wenn man wieder drin ist, ich habe auch ein bisschen gebraucht, aber heute war wirklich so, hat schon Spaß gemacht irgendwie. Aber ist dann eigentlich, wenn man eh schon nicht mehr geradeaus laufen kann, der perfekte Tag, um sich einfach mal ein paar Stunden hinzusetzen und den ein oder anderen Shisha-Cast aufzunehmen. So ist es nämlich. Und wir haben wieder ein schönes Special-Thema. Wir hatten es euch ja schon letzte Folge angekündigt, dass wir nach Berlin fahren. Das ist mittlerweile in der Vergangenheit auch passiert. Und es sind auch viele andere Sachen passiert, über die wir reden. Aber zuerst würde ich sagen, sprechen wir mal über das Setup. Und da müssen wir auch kurz über die zwei Elefanten im Raum, und damit meine ich nicht uns, sondern die Dinger vor uns, die anderen zwei Pfeifen, die noch hier sind, über die reden. Das waren zwei schöne Witze in einem. Das waren zwei richtig schöne Flachwitze in einem Satz verpackt. Wunderschönen machen. Es gibt einfach Dinge, die kann ich, weißt du. Und zwar, wir sind heute im Studio angetroffen und da lag so ein Riesenpaket von Mose da rum. Und ja, das sind, also mittlerweile, so Stand heute, gab es ja so ein, zwei kleine Teaser, wo man noch nicht viel sieht. Ja, also zum Zeitpunkt, wo wir diesen Cast aufnehmen, weil zum Zeitpunkt, wo ihr den hört, dürfen wir euch schon alles sagen. Ja. Aber zum Zeitpunkt der Aufnahme, heute ist der 25.3., da dürfen wir noch gar nichts sagen. Ich habe das Paket geteasert und habe gesagt, ui, da ist aber was Neues hier. Aber mehr dürften wir noch nicht sagen. Aber im Shisha-Cast, da dürfen wir jetzt schon direkt drüber reden. Das Paket kam bei mir an. Da waren zwei verschiedene Varianten von der neuen Mose Verity drin. Und die haben wir uns natürlich auch hier direkt mal angemacht. Der Alex hat die Squad-Variante mit vier Schlauchanschlüssen und ich habe die Launch-Variante mit einem Anschluss. Sehr interessante Pfeife. Ich würde sagen, wir gehen gleich nochmal drauf ein. Aber erstmal einfach so die Setups vorneweg. Ich habe, wie gesagt, die Mose Verity in der Launch-Variante mit dem kurzen Taucher, der Standard-Bowl, dem langen Sleeve und dem Base-Blow-Off. Oben drauf habe ich den Shades X-Tuan, da oben drauf den Onmo-HMD und drinnen habe ich eine sehr leckere Mischung. Der Alex hat mich gerade schon ausgelacht. Ich habe was Neues ausprobiert. Ich habe mir Kiwi-Smoothie gebaut, so zu 60 Prozent und den Rest habe ich vollgemacht mit dem Zitrone-Minze von Fog Your Life auf der Dark Base. Und da habe ich eben den ersten Zug genommen und war so, oh, das ist ein Mix, Alex. Das ist ein Mix, Minion. Ich war sehr begeistert, schon beim ersten Zug und der Alex lacht mich einfach nur aus. Ja, weil du das so betont hast, wie so ein Weinkenner. So ein leckerer Mix, so fruchtige Note im Abgang. Fand ich einfach gut, fand ich schön. Fruchtige Note im Abgang wurde jetzt dazu erfunden. Aber ich kann den Mix nur empfehlen, der ist sehr, sehr lecker. Solltest du auch mal probieren. Ich bin ja kein Zitrone-Münze-Fan. Es gibt halt Menschen mit Geschmack und dann gibt es Leute, die kein Zitrone mögen. Also bei Geschmack müssen wir ja, also mich mal komplett ausgenommen, da ist Kinga Vorreiter. Oder auch Peach. Aber da kommen wir später noch dazu. Alex, was hast du dir denn gebaut? Ich habe mir, wie du gerade schon gesagt hast, die Mose Rarity in der Squat-Variante, also mit vier Anschlüssen aufgebaut. Das Ganze mit der Standard-Bowl in Frozen, finde ich auch sehr, sehr schön. Ich muss auch sagen, das Klaas finde ich sehr, sehr schön. Das seht ihr beim Aufbau her. Finde Standard-Bowl ultra schön, ja. Beim Alex seht ihr noch, wie das Frozen aussieht? Also zumindest die Leute, die die Video-Variante vom Shisha-Cast gucken. Und du hast mir die ja aufgebaut und du hast mir den Teller-Bowl auf. Also ich habe die in beiden Sachen in der langen Variante, also langes Tauchrohr, lange Rauchsäule und den Teller-Bowl auf. Und ich finde den echt cool, muss ich sagen. Alter, der kommt echt cool rüber. Zeig doch noch mal. Mach doch noch mal. Einfach hier so für mich auch zum Zugucken. Ja, das ist schon schön. Geht aber ein bisschen schwerer, der Teller-Bowl auf. Aber dafür läuft das auch sehr schön gleichmäßig raus. Ja, ich finde es aber nicht so schwer, wie wir da pre-s tun, muss ich sagen. Ah, okay, krass. Weil von der Flussgeschwindigkeit des Rauches sieht das jetzt nicht so schnell aus. Also ich wollte, dass es schöner aussieht, aber wenn nicht ganz normal. Also kann man da auch fest... Okay, 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 okay. Also hast du einfach selbst das für dich so gemacht. Genau. Ich finde das einfach schöner, wenn du so langsam auspustest, wenn der Rauch so ein bisschen runterfällt. Finde ich bei Teller-Bowl aufs immer schöner. Was ich halt geil finde an dem Teller-Bowl auf, der Teller ist relativ flach. Für die Leute, die es im Video sehen, sehen es ja auch. Man muss auch sagen, zu dem Zeitpunkt, wo dieser Shisha-Cast rauskommt, gibt es wahrscheinlich auch schon mal ein Review zu der Verity. Stimmt. Von daher haben es die meisten hoffentlich, Leute, schon gesehen. Ja. Ich finde das cool bei den Plow-Off-Five und das finde ich auch bei der Ian-Novitek so geil. Wenn die Teller-Bowl aufs immer ein bisschen flacher sind, da kommt der Rauch immer ein bisschen besser zur Geltung, als wenn die zu sehr angeschrägt sind, wie bei der Priest 2 zum Beispiel. Ich finde, beides hat was. Bei der Priest baut sich halt so eine Wand nach oben auf, was auch sehr, sehr cool aussieht. Und bei der Verity und auch bei der Novitek zum Beispiel ist es halt so, dass er schön zur Seite hin wegläuft. Hat beides was, finde ich. Es sind irgendwie zwei Unterschiede. Man könnte sagen, Teller-Bowl auf flach und Teller-Bowl auf Wand oder so. Ja, also ich finde, zwischen Teller-Bowl aufs muss man nochmal ein bisschen unterscheiden. Aber kommen wir doch mal, bevor wir wie normalerweise ins Real-Life einsteigen, erstmal zu dem kleinen Special-Thema, weil erstmal, dass wir die Verity überhaupt rauchen. Man muss dazu sagen, das ist jetzt der erste Kopf, den wir überhaupt mit dieser Pfeife rauchen. Wie gesagt, die kam an, wir haben das Paket vom Cast ausgepackt, wir haben die aufgebaut. Also erstmal haben wir noch ein Maschinenbau- und Architekturstudium abgeschlossen. Oh, das war auch wieder schön. Wir waren an manchen Stellen, wenn man es dann einmal raushält, war gut. Aber am Anfang waren wir an manchen Stellen verwirrt. So, was ist denn jetzt Tauchrohr, was ist Rauchsäule? Weil man muss wissen, man hat die Base, man hat ein Tauchrohr, das aus drei Teilen bestellt. Man hat das obere lange Tauchrohr, das untere kurze Tauchrohr und noch den Diffusor, den man auch noch in zwei Varianten aufschrauben kann. Die Rauchsäule ist ebenfalls teilbar. Wir haben ein unteres langes Stück und ein oberes kurzes Stück. Dann kommen die Sleeves drüber, die ebenfalls einmal in kurz und in lang sind, wobei sie bei der Edelstahl-Variante aus zwei Teilen bestehen. Und die Epoxy-Sleeve gibt es entweder in lang oder in kurz. Und dann hast du auch noch zwei Ringe. Einen kannst du an die Base und einen kannst du unter oder über den Teller packen. Und je nachdem legst du dann auch noch den Blower fest. Und dann hast du noch zwei Teller für oben drauf, dann noch den Kopfadapter und dann hast du bei der Vierschlauch-Variante sogar noch Plömpel, die du von unten in die Schlauchanschlüsse stecken kannst, um bei der Vierschlauch trotzdem entlüften zu können. Genau. Und Steckbull-Adapter hast du auch noch. Ja, ja, den habe ich auch noch vergessen. Siehst du? Und zwei Perfect-Fit-Dichtungen waren auch noch dabei. Ja. Und die Perfect-Fit-Kopfdichtung. Stimmt, genau. Auch noch dabei. Finde ich cool, dass das direkt dabei ist. Die Perfect-Fit-Dichtung von Mose hat ja schon für viele Leute das Problemchen gelöst, dass es auf Steckbulls manchmal nicht so perfekt sitzen kann. Bei der Verity direkt dabei. Und kostet normal, glaube ich, 15 Euro das Set, oder? Ich glaube, 10 oder 15. Ich bin mir gerade auch nicht sicher. Aber ist halt mit drin. Ja. Und wo wir gerade schon bei Preisen sind, das ist das einzige Mysterium, was wir euch jetzt im Shisha-Cast nicht verraten können. Wir wissen nämlich noch gar nicht zum jetzigen Zeitpunkt, was die Pfeife kosten soll. Ja. Wir hätten gehofft, dass die Launch-Variante 200 kostet und die Squad-Variante vielleicht knapp drüber ist. Ja. Wie viel das Ganze wird, können wir nicht sagen. Aber wie das gerade so auf dem Weltmarkt ist, Freunde, der Sprit ist teuer. Es gibt kein Mehl. Es gibt kein Öl. Der Edelstahlpreis geht nach oben, ob in Deutschland oder in Asien. Shipping-Kosts sind exorbitant gestiegen in den letzten zwei Jahren. Und bla, bla, bla. Ihr habt die Schnauze wahrscheinlich auch voll davon. Alles wird teurer. Genau. Und so eben leider auch die Produktion von der Pfeife und somit leider auch der Verkaufspreis von der Pfeife. Deswegen bin ich sehr gespannt, wo die Pfeife letztendlich preislich liegen wird. Aber man kann schon mal festhalten, Rauchverhalten, ultra geil. Ja, ich finde es für eine Vierschlochpfeife bei mir auf jeden Fall echt gut, würde ich sagen. Ja, also bei mir auch mega. Durchzug ist krass. Ich würde der Pfeife sogar neun von zehn Sternchen, SWG-Sternchen geben beim Durchzug. Ach krass. Das ist echt gut. Du hast jetzt bei dir die Kugel rausgenommen? Was? Die Kugel bei dir? Bei mir im Schlochenschluss. Ja, die habe ich rausgenommen. Also ich würde nicht, ich wäre natürlich weiter drunter, aber das ist wahrscheinlich bedingt dadurch, dass es eine Vierschlochpfeife ist. Trotzdem. Ja, also ich hätte gesagt so eine sieben bis acht. Sieben? Ja. Also jetzt habe ich leider kein Mundstück hier, sonst würde ich gerne mal bei dir dran ziehen. Aber du hast dein Mundstück drauf. Darf ich einmal ohne Mundstück bei dir ziehen für den Vergleich? Ah, perfekt. Diese scheiße SWG-Mundstücke, ey. Schlimm mit denen, ey. Oh, jetzt habe ich reingepustet. Perfekt. Corona verteilt. Die ist das. Ist bei mir tatsächlich ein bisschen besser. Hm. Aber oh. Hm. 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 Stimmt, ich habe gar nicht gesagt, was ich gebaut habe. Stimmt. Ich wollte dich nämlich jetzt direkt fragen, was hast du denn gebaut, Alex? Ich habe mir den Place Tornado geschnappt. In der Limited White Edition. Mit dem AO912 haben die zwei Kohlen liegen gerade drin. Und ich habe mir gebaut als Grundlage so unten drunter ein bisschen saure Würmer von By Candy. Und oben drüber ist ein Mix aus Pinkman und Queezmove. Pinkman irgendwie so 80 Prozent und Queezmove dann auch so 20 Prozent ergänzt. Will. Er schmeckt geil. Ja, finde ich auch gut. Also echt ein guter Beide hier. Hör mal. Ja, richtig. Mixology Profis im Shisha-Cast am Start. Ist, glaube ich, auch einer der ersten, seit langem mal wieder einen Cast, wo du deinen Kopf selber gebaut hast. Ja, true. Den letzten Cast hast du mir über den Kopf gebaut. Ja, guck mal. Kaum baut man selbst, schmeckt er sogar. Dankeschön. No front. Ja, also Verity sehr, sehr cool. Wie gesagt, man kann die Vierschlauchvariante holen. Man kann die Einschlauchvariante holen. Man kann beide von den Varianten auf Steckballs packen. Man kann beide in groß und klein rauchen. Man kann bei beiden sechs verschiedene Blow-Offs einstellen und man kann auch bei beiden sieben verschiedene Sleeves nutzen. Ich glaube sieben. Was du sagst. Das, was er sagt. Aber da kommt ja noch was dazu. Und zwar, du hast ja auch noch einen Sleeve an deinem Schlauchmutsch. Oh ja, true. Muss ich mal ein bisschen drehen. Das sieht man gerade gar nicht auf dem Video. Man kann sich sogar noch in der passenden Epoxy-Farbe noch so ein kleines Sleeve über den Schlauchanschluss machen. Das finde ich sieht richtig cool aus. Das ist ein cooles, kleines Detail. Ja. Finde ich auch gut. Ist cool geworden. Also, ich weiß ja, wie gesagt, noch nicht, wo die Preis sich liegt. Da muss man dann nochmal gucken, wie Preis-Leistung ist. Aber die absolute Leistung, Durchzug nice, Blow-Offs cool, Verarbeitung gut, Set ist geisteskrank. Also es kommt natürlich die Pfeife einzeln, ohne Schlauch, Mundstück, bla bla bla. Aber zum Beispiel auch, wenn Leute schon eine Breezy haben oder so, dann jetzt noch die Squad-Variante von der Verity. Wenn mal Freunde rumkommen, auch alleine gut rauchbar, auch mit Blow-Offs rauchbar. Man kann seine Breeze-Mundstücke mit dazu nehmen. Und man kann seine Breeze-Sleeves auf die kleine Variante auch noch packen. Ja. Also die passen auch. Was ich sehr, sehr cool finde, dass das kompatibel gemacht wurde. Ja. Weil all die sich schon, keine Ahnung, fünf, sechs Breeze-Sleeves geholt haben. Weil es kamen ja immer wieder neue dazu in verschiedenen Varianten. Finde ich mega gut. Ja. Ist echt cool. Und dann halt noch die Möglichkeit, das auf Steckbolts zu packen. Ist schon sehr, sehr nice. Also ich würde sagen, es ist ein bisschen eine Evoque auf Steroiden. Ja. Wird dafür aber, denke ich, preislich auch höher liegen. Denke ich auch. Ja. Aber das werdet ihr bestimmt schon alles in Reviews bei mir und in diversen Posts beim Alex und Stories bei uns beiden gesehen haben, wenn der Cast kommt. Ja. Und deswegen würde ich sagen, hacken wir die Verity mal ab. Aber erstes Zwischenfazit beim ersten Kopf wäre der absolute Ersteindruck. Finde ich geil. Ja. Also bin ich absolut begeistert. Das optisch eine sehr schöne Pfeife, Rauchverhalten ist geil. Also die sehe ich mich auf jeden Fall häufiger rauchen. Ja, ich werde auch auf jeden Fall die mir zu Hause anschmeißen. Also ich hoffe, dass mein Paket angekommen ist und dann wird die zu Hause auch erstmal aufgebaut. Ich werde mir auch die Lounge-Variante wahrscheinlich bauen. Denke ich mal. Einfach mal, um zu wissen, wie da der Durchzug und alles ist. Ja. Vielleicht auch direkt in der kleinen Variante. Mit einem Pre-Sleeve. Ja. Bin ich sehr, sehr gespannt. Speaking of zu Hause. Yes. Wie läuft's denn so? Alle Duden, Minion. Alles gut. Also ich kann mich nicht beklagen, muss ich sagen. Das ist das deutschen größten Lob. Ja, genau. Also ich glaube, das sage ich sehr, sehr oft. Aber... Anna auch immer. Immer, wenn du Anna fragst, um wie geht's, boah, ich kann mich nicht beschweren. Ja, aber das ist halt so. Irgendwo ist das auch deutsche Mentalität. Aber, ähm, nee, also bei mir ist alles super. Also Training läuft. Ähm, hier Social Media läuft alles super gut bei mir. Ja, also dann noch eine Gegenfrage, wie geht's dir denn so? Wie läuft's bei dir? Also heute bin ich ein bisschen am Orsch. Mhm. Aber das liegt vielleicht auch einfach darin, dass ich gestern drei Sporteinheiten hatte, wenn man so will. Gestern hab ich die Story von dir gesehen, hab schon gedacht, so Marvin, das ist geisteskrank. Ich hab's gefühlt gestern. Ich hatte so Bock. Ich hab morgens beim Aufstehen, mach ich jetzt immer Mobility. Da gibt's so ein 10-Minuten-Video von Sascha Huber, übrigens Ehrenmann. Ähm, sehr, sehr coole Videos von ihm. Also für so Homeworkout, Mobility, Stretching, Pipapo, sehr, sehr cooler YouTube-Channel. Ähm, dann mach ich immer 10 Minuten Mobility. Dann, das mach ich immer wirklich als erstes morgens. Also ich steh auf, trinke ein Glas Wasser, mach mir einen Kaffee, mach Mobility und dann setz ich mich auf die Couch und trinke meinen Kaffee. Mhm. Dann guck ich mir irgendwelche Trainingsvideos an und dann geht's am Laptop schaffen. Aber gestern ging's danach nicht an den Laptop. Da war ich davor kurz am Laptop, aber dann bin ich ins Gym gefahren, hab da mein Pull-Workout durchgezogen, bin dann danach ungeduscht heim. Normal dusche ich immer im Fitnessstudio und fahr dann ins Büro. Gestern hab ich aber nicht geduscht, da bin ich heimgefahren, hab zum ersten Mal dieses Jahr das Fahrrad aus der Garage geholt, bin zum Timo geradelt, der wohnt ja am selben Ort wie ich. Da haben wir die Reifen aufgepumpt, haben die Bikes fit gemacht und dann sind wir in seiner einstündigen Mittagspause noch so eine halbe, dreiviertel Stunde eine kleine Fahrradtour gefahren. Sehr cool. Ja, mega geil. Also Mobility, check. Fitnessstudio, check. Cardio auf dem Rad, check. Sonne tanken beim Radeln, check, 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 check. Das muss man halt noch dazu sagen, momentan ist halt extrem geiles Wetter. Das ist wunderbar. Das war gestern das Perfekte, was du hättest machen können. Also bei dem Wetter draußen auf dem Rad ein bisschen geil durchs Feld ballern, frische Luft, Sonne im Gesicht, mega. Ich hatte danach auch so gute Laune, Vitamin D hat hart reingekickt. Also mega. Das haben wir letztes Mal ja schon gesagt, das ist momentan auch immer noch so, wenn ich gerade irgendwie Kohle hole draußen, wenn es noch mittags ist, ich bleib dann erstmal irgendwie so fünf Minuten auf der Terrasse stehen, einfach mal Sonne genießen. Ja. Weil es einfach so, es tut so gut. Du weißt auch in letzter Zeit wieder richtig oft in deinen Storys, einfach durch den Garten. Ja. Du siehst da wieder, ah der Alex macht wieder einen Mini-Spaziergang im Garten. Du läufst in drei Kreise und machst eine Storyball. Aber fühle ich halt einfach bei dem Wetter. Ja. Aber nächste Woche soll es wieder Kacke werden. Ernsthaft? Ja. Also mitnehmen, was geht am Wochenende. Na gut, aber nächste Woche sind ja vielleicht nochmal woanders. Ja, da teaserst du schon was Neues an. Das teaser ich schon an, aber das dazu sagen war glaube ich erst nächste Folge was, oder? Ja. Ja. Ja, da reden wir nächste Folge drüber. Wobei, wenn wir es nächste Folge erst erzählen, dann sind wir ja schon da gewesen und dann wurden die Storys schon gesehen. Ach so. Dann teasern wir es diese Folge kurz an. Also potenziell, ne nicht potenziell, die Flüge sind gebucht. Alex und ich fliegen am dritten nach Chepananien. Jetzt. Nach Südspanien mit Team Hukain. Geisteskrieg. Eine Woche Sonne, 20 Grad, Strand, hoffentlich eine geile Hütte. Ja. Hoffentlich geile Laune. Das wird nice. Ja, da bin ich sehr, sehr gehypt drauf. Ja, ich auch. Ich hab richtig Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Weißt du, wo ich richtig Bock drauf hatte? Worauf? Aus der heutigen Perspektive den letzten Sonntag, weil da ging wieder was los. Die Football-Season ist rum, der Superbowl war der Höhepunkt und dann beginnen bei mir immer ein paar Wochen der sportlichen Abstinenz, zumindest was Sport gucken angeht. Aber dann geht wieder mein Highlight des Jahres los und zwar Formula One. Die F1 ist in die neue Season gestartet und es hätte nicht spannender sein können. Ein geisteskrankes Battle zwischen Leclerc und Max Verstappen. Die Ferraris sind back. Die Mercedes sind am strugglen, die jahrelang die absolute Dominanz hatten in der Formel 1. Und endlich kommt es dann mal wieder zu ein paar Fights und es ist einfach nur absolut geil. Ja, also ich muss auch, das ist also an euch mal gerichtet. Marvin war absolut hyped. Also letztens, am Wochenende davor, am Freitag, Samstag. Marvin war so gehypt auf das erste Rennen, auf die neue Season. Haben uns ja dann bei dir zu Hause noch, wie heißt die Serie, ich weiß es gar nicht. Drive to Survive. Drive to Survive hast du ja noch angeguckt, einfach für den Hype. Ich musste die vierte Season durchgucken, bevor die neue Season von der Formel 1 startet. Es ging nicht anders. Und ja, warum und die ganzen Begebenheiten und so, das klären wir dann im nächsten Cast, was da noch so abging an diesem Wochenende. Aber ich habe noch schnell mit Anna hier die letzte Folge von Drive to Survive geguckt und dann sind wir reingestartet ins Rennwochenende bei der Formel 1. Und das war super geil. Bin ich gehypt. Ja, ich bin da ja leider raus. Aber ich muss sagen, als wir Drive to Survive geguckt haben, das hat mich schon ein bisschen angefixt. Also die Serie war schon geil. Ich glaube, ich gucke da mal rein. Die Zuschauerzahlen von Formel 1 sind so hoch wie noch nie. Und ich schwöre dir, ein Großteil davon geht aufs Konto von Drive to Survive. Es ist so eine nice gemachte Serie. Weißt du, was das Problem ist mit Formel 1? Ich habe letztens einer Freundin von Formel 1 erzählt und habe die sonntags getroffen und war so, ey, ich muss jetzt heim, gleich ist noch Formel 1. Und die war so, die fahren doch nur im Kreis rum. Das ist doch voll langweilig, ey. Und ich glaube, das größte Problem, was die Formel 1 hat, ist, dass Leute nicht verstehen, was da alles abgeht. Wo drum es im Motorsport geht, was alles hinter den Kulissen passiert, was das für ein unglaublicher Aufwand ist und was das für eine Meisterleistung von diesen Fahrern ist. Diese über 300 kmh schnellen Go-Karts auf absoluten fucking Steroiden mit einer Präzision über diese Rennstrecke und über 57, teilweise 60 Runden zu bewegen. Millimeter zwischen den Autos, teilweise nur, während die mit Gehkräften kämpfen. Wenn die Leute das mehr verstehen würden, dann würden viel mehr Leute begeistert sein von der Formel 1. Und genau da kommt Drive to Survive ins Spiel. Muss ich dir auch vollkommen recht geben, weil bei mir war es auch so, also nicht so extrem, wie es jetzt deine Freunde beschrieben haben. Bei mir war es immer so, ja, ist halt Autorennen und bei mir ist dann... Ja, eine Freunde, bevor es Gerichte gibt. Ja, eine Freunde, ja. Und dann war es so, ja, die Zeit ist mir dann zu schade, das Rennen zu gucken, weil das geht ja auch relativ lange. Also die maximale Renndauer ist zwei Stunden ohne Unterbrechung. Ja, zwei Stunden. Dann ist ja eigentlich Samstag noch das Training, nee, Qualifying, oder? Freitags sind die ersten zwei Trainings, Samstag ist das dritte Training und Qualifying und Sonntag ist dann Renntag. Genau, das ist ja immer ein komplettes Wochenende, wo du dann auch relativ viel Zeit aufwenden müsstest. Gut, also die meisten Leute gucken ja eh vielleicht mal die Zusammenfassung vom Quali und dann das Rennen am Sonntag. Und dann war bei mir immer so, nee, ist dann dazu, ist die Begeisterung einfach nicht da. Und nachdem ich, nachdem du extrem viel erzählst darüber, so so, was so ein bisschen die Knackpunkte sind, was man eigentlich gar nicht so als Mainstream-Mensch, also der da keine Zeit reingesteckt hat, gar nicht versteht hinter den Kulissen und dann in Verbindung mit der Drive-to-Survive-Serie, muss ich sagen, hast mich schon ein bisschen eingefixt. Let's go, Alex. Sonntag gucken wir Rennen zusammen, oder? Sonntag bin ich ja vielleicht auch irgendwo anders. Ach, Schmutz. Was könnte denn wichtiger sein als F1? Weißt du, was auch sehr, sehr witzig ist und was auch rumfährt, jetzt in meiner Wohnung? Die Übergänge sind wieder am Start. Hell, war gar nicht übel. War nicht mein bester, zugegeben, aber es geht schlechter. Du springst einfach nur von Thema zu Thema. Also ich versuche ja wenigstens hier was zu leisten. Also, was jetzt auch durch meine Bude fährt, ist der Roborock S7. Da hast du dich influencen lassen. Da habe ich mich sowas von influencen lassen. Ich habe schon vor längerer Zeit darüber nachgedacht, mir einen Saug-und-Wisch-Roboter zu holen. Habe es aber die ganze Zeit nicht gemacht. Dann hat sich David, also Dölit, eingeholt und hat den auch immer in seiner Story schön drin gehabt. Und dann war ich so, okay, jetzt ist es vorbei. Ich will auch dieses Ding in meinem Leben haben. Und Alex, es ist wunderschön. Ja. Ich kann jetzt mein Handy in die Hand nehmen und sag dem, Bro, Rocky, mach doch mal bitte daheim sauber. Rocky. Rocky. Der hat jetzt sogar Googly Eyes. So Wackelaugen haben wir dem aufgeklebt. Und diese LED-Bar ist jetzt sein Moustache. Es ist geil. Es ist geil. Auf jeden Fall kann ich jetzt immer einfach gucken, dass nichts auf dem Boden rumliegt. Und dann sage ich Rocky einfach, während ich im Büro bin, während ich im Fitnessstudio bin oder sonst wo unterwegs bin. Ich kann im Umera sitzen eine Pfeife rauchen und gleichzeitig daheim saugen und wischen. Alex, welcher Mensch würde das nicht in seinem Leben haben wollen? Das stimmt schon. Sternchen, der eine eigene Wohnung hat. Ja. Weil also bei dir fürs Zimmer lohnt es sich jetzt vielleicht nicht. Nee. Aber vielleicht auch ein hervorragendes Geschenk für Mama. Stimmt. Wie toll ist der? 500. Vielleicht ein etwas größeres Weihnachtsgeschenk. Ja, wenn mein Bruder da mitschenkt. Ja, der Bruder soll mitmachen oder vielleicht Weihnachten, Geburtstag zusammen oder sowas. Und boom, Mama muss man einfach nicht mehr sauber machen. Also man muss ja sagen, die Dinger sind rund. Die kommen natürlich nicht perfekt in Ecken. Das heißt, weiß ich nicht, einmal alle zwei, drei, vier Wochen musst du schon nochmal selbst irgendwie nachwischen oder nachsaugen. Ja, so all over, das Grobe, alles. Mega. Ich habe ja das Problem, ich habe eine zweistöckige Wohnung, eine Maisonette. Sagt man das so? Ja, ne? So wird das betont. Maisonette-Wohnung habe ich. Eine Maisonette-Wohnung. Ja, ja, eine Maisonette. Sind nicht in deutscher Cast, deswegen Maisonette-Wohnung. Oder man sagt halt einfach zweistöckig. Also ich habe oben Schlafzimmer, Badezimmer, kleines Büro und unten Wohnzimmer, Küche, Flur. Genau. Ja, und das einzig Nervige an dem Ding ist natürlich, dass ich den dann manchmal manuell einfach hochtragen muss. Das stört mich aber eigentlich nicht. Bevor ich morgens aus dem Haus gehe, trage ich den hoch, sag dann hier, mach sauber. Und dann klärt der oben alles, abends trage ich den wieder runter, dann fährt er zu seiner Ladestation und gut ist. Ja. Absolut begeistert. Wie lange hat der Akku bei dem? Also ein Saugvorgang pro Stockwerk kostet bei mir auf der maximalen Stufe so 45 Prozent Akku. Ist doch völlig okay eigentlich. Also ich sag mal so, der fährt danach eh wieder zum Dock und der nächste Einsatz ist am nächsten Tag. Von daher ist es mehr als ausreichend. Selbst wenn das nicht reicht, du kannst ja so Pläne anlegen und dann könntest du sagen, ah ja, dann machst du bitte, ich weiß nicht, ich gehe um neun aus dem Haus, dann machst du bitte um zehn Raum eins und zwei und dann fährst du wieder zum Dock und dann lädst du bis um zwölf und dann machst du Raum drei und vier oder so. Und bis zu Hause ist alles sauber. Alles sauber. Ja, und der ist schon wieder vollgeladen. Also übel, übel geiles Ding. Weißt du, was auch übel geil ist? Was ist auch übel geil? Meine Smilodogs-Bestellung ist angekommen. Ich habe mir ja Sportklamotten und so bestellt, weil ich gehe ja jetzt wieder recht oft ins Fitnessstudio und da habe ich festgestellt, dass meine Sportkleidung nicht ausreicht, um jeden Tag was Frisches anzuziehen. Und das ist natürlich nicht so nice. Und deswegen habe ich mir ein paar Sachen bei Smilodogs bestellt und die sind echt cool. Du hast ja auch ein paar Sachen von Smilodogs. Extrem viele sogar. Ich muss sagen, Smilodogs ist eigentlich so die Hauptmarke, wo ich meine Gymklamotten her habe. Und ich bin super happy mit denen. Also das Ding ist, ich bestelle eigentlich immer nur, wenn Rabatt ist, weil die haben teilweise so Aktionen bis zu 70 Prozent oder sowas. Krass. Wo ich dann halt sage, okay, ich hole mir ein T-Shirt für 5 Euro. Ja, da muss ich auch beim nächsten Mal, also ich werde da auf jeden Fall wieder bestellen. Die Sachen sind echt cool. Aber da werde ich auch warten, bis die so eine Rabattaktion haben. Beziehungsweise, ich hatte zwar keine Rabattaktion, aber ich habe eine Westin-Wert von 80 Euro dann kostenlos mit dazu bekommen. Und die ist auch cool. Und wo wir schon bei Sportsachen sind, ich habe auch noch bei ESM bestellt. Die hatten ja immer wieder einen Restock. Warum seufzt du denn, Alex? Ja, erzähl erst mal weiter. Ja, also die hatten einen Restock um 11 Uhr morgens und ich habe direkt Isoclear reingekoppt. Habe mir, glaube ich, vier Packungen bestellt. Dreimal den Mango-Ananas und einmal den... Lämm? Nee, noch einen anderen. Weiß ich gerade gar nicht ausfindig. Ja, aber auf jeden Fall ist das immer noch nicht da. War halt wahrscheinlich Riesenaufkommen. Ja, bei Drops brauchen die immer ein bisschen länger. Habe ich mir schon gedacht. Ich mache mir da auch keinen Stress. Man sieht es ja auch immer wieder, um wieder Beispiele aus der Shisha-Szene zu bringen. Ohne hat ja dann häufiger in der Story, die haben eine krasse Aktion. Und zwei Tage später schreiben die Leute, wo ist mein Paket? Ich habe schon zwei Tage bestellt. So, ja Digga, wir hatten halt 1500 Bestellungen. Das kann ein bisschen dauern. Bitte habt eine Woche Geduld. Blablabla. Nein, du willst so Sporn haben. Ach Digga, halt dein Maul und piss dich, würde ich am liebsten sagen. So, es ist halt nun mal so. Wenn da Riesenaktionen sind und da tausende Bestellungen reinkommen, dann dauert das halt manchmal nicht zwei Tage, sondern halt auch mal anderthalb Wochen. Ja. Und deswegen habe ich auch keinen Stress bei ESN. Aber warum habe ich so gesäuft? Gesäuft? Hast du gesauft? Ich habe gesauft, ja. Gesauft? Gesauft. Ist das ein Sauft-Stream? Ein Sauft-Stream? Ein Sauft-Cast. Nee, komm, warum hast du gesäuft? Gesäuft. Auf jeden Fall der... Cherry. Peach. Alter, unsere Insider sind irgendwann so verwirrend. Die Leute irgendwann beim Shisha-Kasten noch so... Hä? Also für Kirsche, den müssten eigentlich alle Shisha-Cast-Törer kennen. Und Peach klären wir später noch auf. Auf jeden Fall, Drop war, wie du schon gesagt hast, um 11 Uhr. Und ich dachte so, ja komm, um 12 Uhr wird es auch noch da sein. Also beziehungsweise, ich hatte es im Kopf gehabt, dass da Drop ist. Um 12 Uhr gucke ich auf die Uhr und dachte so, perfekt, eine Stunde sollte eigentlich noch alles da sein, was ich haben will. Ich gehe auf die Seite drauf, alles weg. Alles weg. Alles weg. Ich war um 11 Uhr am iPad, habe um 11.02 Uhr meine Bestellung abgeschickt und ich habe schon einen Flavor, den ich noch haben wollte, nicht mehr bekommen. Digga, das ist mittlerweile, jetzt musst du sogar schon bei deinen Proteinshakes auf Drops warten und beten, dass du durch die Warteschlange kommst, um scheiß Proteinpulver zu kaufen. Digga, bald können wir noch Losnummern ziehen, ob wir im Rewe eine Flasche Öl kaufen dürfen. Das ist sogar sehr realistisch. Das ist nicht abwegig. Da war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich habe zwar noch ein bisschen was zu Hause, aber ich hätte trotzdem gerne Nachschub gehabt. Aber es soll ja noch ein Restock im März sogar kommen, wurde angekündigt. Naja, der März ist fast rum. Deswegen, also ich hoffe, dass jetzt demnächst eine E-Mail reinflattert von wegen dann das Restock und dann werde ich mir einen Wecker stellen, genau Punkt, wann der Drop ist. Ich werde alles reinhauen und dann Instant Checkout. Ich glaube, ich werde auch direkt nachbestellen, weil wer weiß, wann das dann wieder kommt. Wenn das erst in fünf Wochen kommt, dann kann ich auch wieder Zeug gebrauchen. Jaja, das war auf jeden Fall nice. Was auch sehr, sehr nice war, um zu unserem Special-Thema vom heutigen Tage zu kommen. Wir haben es ja schon kurz angeteasert. Der Alex und ich waren unterwegs und zwar mit Team Hukain in Berlin. Berlin, die deutsche Hauptstadt, für mich das erste Mal überhaupt in meinem ganzen Leben in Berlin. Das fand ich ja immer noch krass. Ja, wir sind halt mit Klassenfahrten nie hingefahren und alleine hat mich da jetzt auch nicht unbedingt was hingetrieben. Ja, ich war nämlich, glaube ich, zwei oder dreimal mit der Schule schon da gewesen. Ja, das ist krass. Ich nicht. Ich habe auch immer noch nicht Bundestag und alles gesehen. Stunden haben wir gar nicht gemacht. Nee. Ja. KDW haben wir gesehen. Das Wichtige haben wir gesehen. Ey, wir waren in den Shisha, war nicht Bundestag, Bruder. Brauchen wir auch nicht. Nee. Shisha viel wichtiger, hallo. Politik macht eh nur Scheiße. Wir haben nur 25 Gramm Scheiße gesetzt. Ja. Und Spritpreis. Und Spritpreis. Ja. Oh, speaking of Spritpreis, den muss ich jetzt mit reinwerfen. Hast du gestern die Story vom Dölit gesehen? Ja, das fand ich krass. Das Team vom Lindner hat einfach auf eine Story vom Dölit reagiert, wo er sich über die Spritpreise beschwert hat. Wie geil ist das denn, Digga? Super cool. Dölit einfach bald Politik-Enfluencer. Zu wild einfach. Das fand ich echt krass. Da hat er ja noch eine Folgestory drauf gemacht mit der 25 Gramm-Regelung. Ja. Aber da kam anscheinend keine Antwort mehr. Schade. Aber er ist jetzt drin. Er hat die Connection. Ja. Christian und David sind jetzt Brudis. Bald das große Interview von Dölit und Christian Lindner. Perfekt, Digga. Perfekt. Ja gut. Aber kommen wir wieder zum Thema Berlin. Ja. Ich dachte, du redest weiter. Ach so, okay. Okay, also, wir haben uns, René kam, also René von Hookerfiziert, arbeitet ja auch bei HookerIn und er kam einen Tag vor Abreise, es war ein Donnerstag? Er kam sonntags, wir sind montags losgefahren. Stimmt, wir sind montags losgefahren. Ich dachte auch die ganze Zeit, das wäre Wochenende, aber war es nicht. Und kam dann am Sonntag zu dir, Sonntagabend, mit dem Placemobil, mit dem schönen, großen Bus und ja, hat bei dir gepennt, hat noch, glaube ich, eine Pfeife, habt ihr noch gemütlich geraucht am Abend? Noch gestreamt. Stimmt, ihr habt sogar noch gestreamt, ja. Ja, aber nur einen Kopf, weil der René musste noch Zeug machen, ich musste noch packen, wir wollten Montagmorgen bei Zeit losfahren, alles ein bisschen knapp. Ja gut, bei Zeit losfahren war ja auch so ein Ding, ihr schreibt mir ja, ja, sei kurz vor 10 da, dass wir um 10 los können. Ich stehe um kurz vor 10 vor der Matte und habe dann erstmal noch eine halbe Stunde auf der Couch gechillt. Ja, da kannst du noch ein paar Storys machen, jetzt beschwer dich nicht. Ich rufe so auf dem Weg an, René, weil du nicht dran gegangen bist, weil du noch unter der Dusche standest und meine so, ja René, wie sieht es denn aus bei euch? Ja, also ich chill gerade noch ein bisschen im Bett und ich so, ah, perfekt. Ja, also auf jeden Fall sind wir dann irgendwann losgefahren, wir haben uns noch eine Pfeife fertig gemacht für den Weg, weil René ist den Bus gefahren. Ja, wir beide haben uns schön hinten gemütlich auf die schönen Sessel gesetzt. Oh ja, ey, der Platz in dem Blaze-Bus. Junge, also so eine Beinfreiheit für einen 2,130 Kilo Mensch wie mich, godlike. Ja, glaube ich dir. Einfach godlike. Und haben uns auf jeden Fall noch einen Pfeil fertig gemacht, du hast noch einen Riesen-Kohleteller gefunden, den du auf deinem Breeze 2 gepackt hast. Ja, eine Uhr, nee, Breeze 1. Stimmt, Breeze 1 war das sogar. Ja, eine Breeze 1. Wir haben eine Breeze 1 mit einem Riesen-Kohleteller genommen. Perfekt fürs Auto. Sah super schön aus. Ja, war jetzt vielleicht nicht die ästhetischste Variante, aber es hatte auf jeden Fall Old-School-Vibes und es war hervorragend fürs Auto. Genau, haben uns dann bei dir zu Hause noch einen Kopf fertig gemacht, Kohle-Ready, haben uns noch einen weiteren Kopf vorgebaut, der immer noch im Blaze-Bus steht. Eventuell. Und ja, Köpfchen angemacht, sind dann mit der Pfeife zum Blaze-Bus gelaufen, dann ging es ab. Vielleicht können wir den Kopf bauen, wenn wir mit dem Blaze-Mobil zum Flughafen gefahren werden für die Spanien-Tour. Ja. Ja. Stimmt, wäre eigentlich perfekte Zeit eigentlich. Der steht ja auch erst drei Wochen. Ach, das geht schon. Das geht schon auch. Und während der Fahrt, also wir sind ja sechs Stunden gefahren, Runabout, haben wir ungefähr uns drei, vier Stunden damit auseinandergesetzt, weil die Technik im Bus war, ja, nicht vorhanden. Defekt. Und, ähm. Ich bin IT-Profi, ich mach das kurz hier, lass mich mal ran an der Tablet. Ja, also am Ende, als wir in Berlin waren, Fazit war dann, wir haben glaube ich mit vier, fünf Polen telefoniert, die dann alle nicht wirklich die Ahnung hatten, was wir eigentlich wollen und was die machen müssen. Der Innenausbau wurde halt von der polnischen Firma gemacht. Ja, genau. Und, ähm, haben es dann leider nicht geschafft, da die Technik wieder zum Laufen zu bekommen, aber wir hatten auf jeden Fall eine Beschäftigung während der Fahrt. Und wir haben auch einige Fortschritte gemacht, so ist es jetzt nicht. Das stimmt, ein bisschen Fortschritte gemacht, aber es hat halt trotzdem nichts funktioniert. Ja, leider. Aber hey, wir haben es probiert. Ja, das stimmt. Hätte ja funktionieren können. Auf jeden Fall sind wir dann in Berlin angekommen mit dem Placemobil nach sechs Stunden Fahrt und ungefähr 285 Millionen Euro Spritverbrauch. Kapper. Und dann sind wir in die Fabrik gegangen, wo Fog Your Life hergestellt wird. Also die neue Fabrik in Berlin. Genau. Die ist ja relativ neu. Genau. Die haben die Jungs von Hukain ja übernommen. Da ist auch immer noch der Ibo am Start, der da vorher seine Sachen gemacht hat. Und jetzt macht er eben mit Hukain federführend in der Fabrik in Berlin die Produktion vom Fog Your Life und vom Blaze. Hukain wird immer noch in der alten Fabrik hergestellt, aber Fog Your Life und Blaze wird eben in der neuen eigenen Fabrik hergestellt in Berlin. Und dann sind wir da reingelaufen und ich konnte es mir erst so gar nicht vorstellen, wie sowas aussieht. Aber es wären halt auch einfach nicht die Hukain-Jungs, wenn das nicht vollkommen over the top wäre. Wir laufen da rein und wirklich, ich habe mich eher gefühlt, als laufe ich gerade irgendwie ins Berghain rein oder so. Ja, irgendeinen Club. Irgendeinen Underground, weiß ich nicht, Full-on Techno-Club oder so, weil überall waren Sachen geil beleuchtet. Auf dem Gabelstapler war dann die Snack-Ecke aufgebaut. Da konnten wir uns dann noch alles mögliche, Chips, Bueno, Nutella to go, alles mögliche aufgebaut. Beamer an die Wand war aufgebaut für Musik und alles. Ein DJ-Set, also wirklich mit so zwei Turntables und so, sogar echt mit Platten alles. Und also, das war wirklich anders. War geistkrank. Ja, sah sehr cool aus. Und dann gab es da eben noch eine Sitz-Ecke und eine Kopfbau-Ecke. Und in der Kopfbau-Ecke konnten wir uns dann austoben und konnten uns da wilde neue Sachen von Blaze und Fogger-Life bauen und die dann da auch gleich probieren. Aber davor, bevor wir geraucht haben, hat uns ja Johannes, weil wir waren ja die Ersten, die da waren, noch eine kleine Ersteinführung zur Fabrik gegeben hat. Der ist ja mit uns schon am Anfang einmal kurz rumgelaufen, auch in die verbotene Area. Und da dürften wir uns die ganzen Sachen mal ein bisschen angucken. Wie hieß nochmal bei Harry Potter dieser verbotene Bibliothek? Es gab doch diesen verbotenen Abschnitt von der Bibliothek, wo er sich dann mit dem Unsichtbarkeitsumhang reingeschlichen hat. Ah ja, ich weiß nicht, was du meinst, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß nicht. Das verbotene Abteil. Genau. Also wir dürften auch das verbotene Abteil besichtigen. Und ja, also war sehr, sehr cool. Krass, was da für Maschinen stehen auf jeden Fall. Kommen wir vielleicht später nochmal zu, wenn wir die große Tour gemacht haben. Und ja, dann haben wir uns erstmal hingesetzt, haben uns hier ein Köpfchen gebaut. Ich hatte auch eine Pfeife dabei, obwohl die Jungs echt wirklich gute Pfeifen noch zur Verfügung gestellt haben für alle. Also ich glaube, da stand VZ, da stand alles möglich. Auch Köpfe, HMDs, alles war eigentlich am Start. Genau, und da haben wir uns erstmal das erste Köpfchen gebaut. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin mit dem Blaze-Trauben-Minze-Prototypen reingestartet. Oh, ich wüsste gar nicht mehr, in welcher Reihenfolge ich was probiert habe. Ich weiß, dass ich mir auf jeden Fall den Blaze-Trauben-Minze direkt gebaut habe, weil da war ich so geflasht beim Adventskalender und da habe ich gedacht, den musst du jetzt direkt probieren. Und? Also es ist eine gute Traube-Cooling auf Dark-Blend-Basis. Man muss ja noch dazu sagen, es gab zwei Varianten. Es gab einmal den Blaze-Traube-Cooling und einmal den Blaze-Traube. Genau. Und ich habe halt den Blaze-Traube-Minze, also Blaze-Traube-Cooling gebaut. War nicht so geil wie der im Adventskalender, muss ich ehrlich sagen. Habe ich auch Johannes gesagt. Aber für das, was das ist, also ein Traube-Cooling auf einem starken Dark-Blend, würde ich mir den trotzdem wieder auf jeden Fall mal bauen. Also ich warte ja immer noch auf einen extrem guten Traube-Dark-Blend. Ja, und das wäre auf jeden Fall mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, für mich wäre deutlich interessanter der Blaze-Traube ohne kühle Note und da dann noch so ein Schuss von der neuen Fog-Your-Life-Marokkanischen Minze rein. Habe ich probiert. Fand ich auch besser als den Traube-Cooling. Kann ich mir gut vorstellen, weil dann hast du halt wenigstens wieder einen richtigen Traube und Minze. Genau. Also das war echt ein cooler Mix. Den habe ich auch probiert. Ja, dann haben wir da noch ein bisschen rumgeraucht und rumprobiert und für eine neue Flavor. Wir haben noch einen Döner bekommen. Ja, einen Döner wurde noch bestellt. Da war ich erstmal ein bisschen enttäuscht, aber es wurde dann auch schnell aufgeklärt, dass das halt so ein Standard-Döner ist. Ja, kann man machen, aber ist jetzt nicht so crazy gut. Aber wir wurden ja dann danach, weil also David und auch Cengiz, also David, Dölet und Cengiz, Shisha Deutschland auf Instagram, die waren auch beide eingeladen. Die kommen ja, wie gesagt, aus Berlin. Und dann haben wir gesagt, Leute, wenn wir schon in Berlin sind, ihr müsst uns eine kleine Tour geben. Ich würde gerne sehen, wo ihr wohnt, wie ihr wohnt, was ist euer Lieblingsessen. Lasst uns an ein paar Spots fahren. Ich will eure Berlin-Tour einmal miterleben, wenn ich schon das erste Mal bei euch in Berlin bin. Und dann sind wir auch losgefahren. Genau, man muss halt dazu sagen, dass wir in der Zwischenzeit so zwei, drei Köpfchen geraucht hatten. Wir waren beide extrem platt und wir saßen halt dauerhaft da in der Fabrik, haben geraucht. Es war eine coole Atmosphäre, aber irgendwann hingen wir auch so da und dachten so, eigentlich müssen wir noch irgendwas machen, dass wir hier nicht gleich einpennen. Genau, wenn du sechs Stunden im Auto gesessen hast und dann nochmal irgendwie vier Stunden in der Fabrik gesessen hast, wenn du dann noch einen dicken Döner reingeballert hast, dann fährt der Kreislauf natürlich irgendwann runter und sagt so, Hello, I'm sleepy. Yes. Und dann kamen wir auf die Idee, nochmal eine kleine Berlin-Tour mit den Jungs zu machen. Oh ja. Das heißt, wir sind dann bei David und Cengiz mitgefahren und sind dann erstmal zum Cotti, Cottbus at Toursen, gefahren, glaube ich. Weil es war schon relativ spät, glaube ich. Es war, glaube ich, schon 22, 23 Uhr irgendwas. Ich war aber auch so 22, 30 oder so. Und da war halt kein Döner mehr offen, das Korean Chicken, was wir eigentlich probieren wollten, haben wir auch nicht gemacht. Hatte auch nicht mehr offen. Und dann hatten wir die Idee, zum Bürgermeister zu gehen. Und Bürgermeister, ein Burger-Restaurant, was ich vorher gar nicht kannte. Ich weiß auch nicht, ob es das nur in Berlin gibt. Oh, kann ich dir auch nicht sagen. Es gibt ja anscheinend mehrere in Berlin, aber ich habe den davor noch nie außerhalb gesehen. Auf jeden Fall sind wir da rein. Du kommst da rein und es sah erstmal aus wie so eine U-Bahnhof. U-Bahnhof-Station in den 70er Jahren. Ja, genau. So sieht das aus. Sowohl von den Sitzmöbeln, Wände, Boden, war einfach nur Betonboden. Also sehr... Graffiti, ein bisschen an Wänden. Ja, sehr stilistisch, rustikal, rudimentär. Sehr schön beschrieben. Oder? Passt doch aber zu dem Laden. Ja, doch, aber würde ich auch so mitgehen, auf jeden Fall. Also es hat auf jeden Fall seinen eigenen Charme gehabt. Definitiv. Aber der Burger, der hatte auch seinen eigenen Charme. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, den ich mir jetzt geholt habe. Weißt du das noch? Ich hatte einen Cheeseburger gehabt. Genau, und ich hatte irgendwie den Special Burger, der doppelt war. Und man muss sagen, die Burger sind sehr eigen. Es ist extrem wenig Gemüse drauf. Ja. Also es ist eigentlich nur ein geiles Bun und ein geiles Patty und geiler Käse. Eigentlich der perfekte Burger für Mo. Ja, stimmt, stimmt eigentlich wirklich, weil Mo isst ja überhaupt kein Gemüse. Außer Brokkoli, warum auch immer, Mo. Auf jeden Fall war das halt wirklich Fleisch und Bun und Cheese. Aber der war so vollmundig, so saftig. Der war Umami. Der hatte irgendwie so einen eigenen, neuen Geschmack. Die Buns waren auch richtig geil. Die waren irgendwie kross und fluffig zugleich. Ja, außen kross, aber innen trotzdem noch fluffig. Und haben sich dann mit diesem Saft von den Patties vollgesaugt. Und holy shit, hätte ich gerade Bock auf diesen Burger. Oh ja. Also es war echt, also hat sehr, sehr lecker geschmeckt. Ich weiß nicht, hattest du noch die Pommes gehabt dazu? Also auf jeden Fall, David hatte glaube ich noch die Chili Cheese oder die Cheese Fries. Genau, und bei dem habe ich dann auch probiert. Und die Pommes waren auch legendär. Das sahen auch sehr gut aus, weil ihr habt, also ihr habt keinen Pommes genommen, aber ihr habt gesagt, das ist wirklich so, so, ist eine Kartoffelpommes. Es ist nicht so diese typische Burger King McDonald's Pommes, die halt. Ja, ja, die nur noch aus so einem Brei besteht. Es ist wirklich eine runtergeschnittene Kartoffel, die dann zu einer Pommes verarbeitet wurde, aber auch extrem lecker. Ja, und dann haben wir uns da auf jeden Fall erstmal vollgefressen. Und dann wollte uns Cengiz noch ein schönes Dessert zeigen. Und das hat er auch. Ja, und das war, wie hieß das? Luma? Luca? Boah, ich weiß es gerade gar nicht. Irgendwas mit Doppel-O. Auf jeden Fall türkische, gefüllte Teigbällchen. Ich glaube, Loma? Ich glaube auch Loma. Lokma? Lokma? Oder Lokma, das kann auch sein. Lokma. Ich glaube, Lokma war es. Es war auf jeden Fall Doppel-O und ich dachte erst, es wäre ein U. Aber es wird doch wie ein O ausgesprochen. Ich glaube, Lokma. Auf jeden Fall sind das halt nicht einfach nur, also es sind Teigbällchen, die gefüllt sind. Aber es ist das für gefüllte Teigbällchen, was zum Beispiel Royal Donuts für Donuts ist. Also du hast noch ein Topping aus verschiedenen Riegeln und Soßen und Erdbeeren noch mit drauf und heilige Scheiße hätte ich mich da reinlegen können, ey. Das Beste von dort dazu ist, glaube ich, Wunderwaffel. Also wo du wirklich ein grundlegendes Gericht hast. Also bei Wunderwaffel die Waffeln, beim Lokma die Soße und Kohlekorb. Yes. Hast du den bei dir? Nee, der steht da hinten. Ach ja. Bei Wunderwaffel halt die Waffeln und beim Lokma halt diese Teigbällchen frittiert. Und dann kannst du dir alles Mögliche ausmachen. Du kannst da verschiedene Boxen nehmen. Wir haben, glaube ich, alle die große Box genommen. Da kannst du, glaube ich, zwei Füllungen, zwei Soßen, zwei Toppings und noch eine Frucht dazu nehmen. Und holy shit. Das war wirklich einmal, also ich hatte, glaube ich, Brenno-Füllung mit dazu noch Schokoladen, also Vollmilchschokolade und als Topping Smarties mit hier dem Lotus-Keks und da drauf noch Heidelbeeren. Holy shit. Geisteskrank. Absolut geisteskrank. Also es war wirklich einmal Diabetes zu mitnehmen. Ja. Und du hast dieses Teigbällchen genommen, gegessen und es war eine Explosion im Mund. Boah, ich kriege so Hunger, Alex. Wir müssen beim nächsten Thema weitermachen. Die Teigbällchen, absolut Legende. Und dann sind wir weitergefahren zu David nach Hause. Genau. Und dann hat uns David mal gezeigt, wie und wo er wohnt. Genau, du hast ja, glaube ich, kurz davor... Adressenlieg für 100 Euro auf Instagram, by the way. Ja. Schreib mich an. Du hattest ja davor noch eine Reaction... Spaß. Entschuldigung. Ja, war ein Joke. Auf jeden Fall, du hattest ja davor noch die Reaction zu der Wohnung gehabt, zu der Roomtour von David. Und da hattest du ja schon gemeint, eigentlich hätt ich gerne die anderen Sachen auch noch gesehen. Da hattest du dann die richtige Roomtour gehabt. Ja, ich hatte eine Private Real Roomtour mit Dasein tatsächlich. Und ist eine coole Bude. Also David hat sich ja... Hat ja sehr lange in einer Einzimmerwohnung mit Küche und Flur gewohnt. Und jetzt hat er eine Dreizimmerwohnung. Das heißt, er hat mal ein Arbeitszimmer, ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. Wohnzimmer ist noch die Küche mit drin. Und sogar noch ein Balkon mit Wintergartenfunktion. Finde ich voll cool. Mega cool. Also bin ich für David froh, dass er da aus der Einzimmerbude raus ist und jetzt mal was Anständiges hat. Was ich bei David echt sagen muss, was ich geisteskrank fand. Jede Pfeife von ihm sah pico bello sauber aus. Es waren keine Ränder... Glänzt wie neu. Ja, keine Ränder in den Bolz drin, was du manchmal hast. Edelstahl, alles geglänzt. Keine... Nicht mal Wasserflecken waren da dran. Und ich bin da mit Cengiz so rumgelaufen und dachte so, what the fuck? Ja. Wie? Das war wirklich krass. Während ihr euch über die Bolz, von den Bolz begeistert habt lassen, hab ich mit David ein bisschen YouTuber-Nerd-Talk in seinem Studioraum geballert. Und da haben wir uns viel über sein Equipment und wie er das jetzt alles eingerichtet hat und sowas geredet. Wir haben viel über Kameras gequatscht und wie das alles so ist. Und Davids Streaming- und Aufnahmeraum ist jetzt auf jeden Fall auch sehr, sehr nice geworden. Also hat er jetzt auch mehrere Kameras in seinem Streaming-Setup. Hat sich jetzt noch einen Backdrop für sein Video-Set geholt und so. Also das ist schon wirklich sehr, sehr geil geworden. Und nachdem wir dann A, die Bolz begutachtet haben und B, David und ich den Nerd-Talk im YouTube-Studio hatten, haben wir uns danach ins Wohnzimmer gesetzt. Wir haben uns jeder eine Pfeife geschnappt. Wir haben uns alle ein Köpfchen gebaut. Und dann haben wir einfach zusammen ein schönes Köpfchen geraucht und einfach ein bisschen über unser Lieblingsthema Shisha gequatscht. Aber auch sehr viel über Fitness. Ich wollte gerade sagen, wir haben extrem viel über Fitness noch geredet. Also da war ja auch, René war ja auch noch mit dabei. Ja. Ist ja auch bei Berlin-Tour noch mit dabei gewesen. Und extrem viel, weil René ist ja sehr lange auch schon into Fitness. Du bist jetzt wieder neu dabei. Du warst ja früher auch extrem dabei. Ich hatte drei Phasen. Einmal beim Abi, einmal beim Studium und jetzt wieder. Ja. Aber da war eine gute Pause dazwischen. Und ich bin ja auch schon relativ lange dabei. Wie lange bist du jetzt eigentlich schon dabei? Ich glaube, das erste Mal im Fitnessstudio war ich mit 16 oder so oder 15. Aber warst du seitdem durchgängig immer am Start? Nee, ich war, also ich hatte dann meine extreme Phase mit 17, 18 gehabt, wo ich in einer relativ guten Form auf 78 Kilo war. Dann bin ich mit dem Gewicht extrem hoch. Eigentlich zuerst geplant. Danach war es irgendwann sehr ungeplant. Und immer so ein bisschen gemacht. Dann hatte ich das down während Corona halt. Also komplett. Und jetzt auf jeden Fall auch wieder ein bisschen motivierter. Nice. Ich finde es eh geil. Cengiz ist motiviert. David ist motiviert. René ist motiviert. Stefan war mit mir im Fitnessstudio. Stimmt, war ja auch mit dabei. Du bist motiviert. Und ich bin auch motiviert. Also Shisha-Szene wird einfach zur Fitnessszene 2.0. Ja, das meine ich halt. Kassel auch? Jannik? Stimmt, Jannik auch. Und das meine ich halt, weil Cengiz wieder ein bisschen rein starten will. David ist auch super gut dabei momentan. Und der ist super oft im Gym. Wir haben ihn dann noch an dem Abend so ein bisschen dahin gebracht. So, du musst mehr fressen. Masse, Phase. Also das ist eigentlich Davids größtes Problem. Ja, aber da hatte er letztens ja einen krassen Erfolg. Er war jetzt zum ersten Mal bei 70 Kilo. Ja. Hat noch nie in seinem Leben über 70 Kilo geworben. Finde ich so geisteskrank. Ja, also für uns ist es halt unvorstellbar. Ich meine, ich bin auf 130 Kilo. Mein Traumgewicht ist eigentlich wieder so um die 120 Kilo. Ja, da ist 70 Kilo natürlich so, weiß nicht, das wiegt mein linker Oberschenkel so gefühlt. Ich war glaube ich noch nie im Leben, wo, also natürlich war ich mal auf 70 Kilo, aber... Ja, aber halt so mit, weiß ich nicht, 16. Nee. 14? 10. Wiegt man mit 10, 70 Kilo? Ja, ich war halt früher übergewichtig. Also ich habe, als ich mit dem Sport angefangen habe, habe ich 100 Kilo ohne Muskeln gewogen. Ach krass, okay, wusste ich gar nicht. Und dann habe ich halt... Die Bilder zeigen von Knubbel-Alex. Lieber nicht. Und dann habe ich halt mit dem Sport angefangen. Okay, schreibt bitte alle Alex an, wenn ihr die Shisha-Cast-Folge hört, dass ihr auch diese Bilder in seiner Story sehen wollt. Sehe ich mich nicht. Ich und schon. Ich und schon, Alex. Ja. Oh. Verhext Chips Cola. Auf jeden Fall haben wir dann das Köpfchen geraucht. Im Kast die beste Idee. Haben viel über Shisha und Fitness gequatscht. Und wir hatten sogar noch zusätzlich dann einen ESN-Shake gemacht, weil David hatte Isoclear da. Und ich wollte die ganze Zeit schon mal Isoclear von ESN probieren, weil ich immer bei MyProtein das Clearway Isolate bestellt habe. Ja, also auch im Endeffekt das gleiche Produkt, nur vom anderen Hersteller. Im Prinzip, genau. Einfach ein anderer Name, selbes Produkt. Und ich wollte aber die ganze Zeit das von ESN probieren und David hatte das da und dann hat er mir einen gemacht. Und dann hatte ich den Mango-Ananas Isoclear von ESN. Wo du, ich habe den ja vorher schon empfohlen, weil ich den zu Hause habe. Und du warst erstmal ein bisschen abgeschreckt vom Geruch. Genau, weil ESN riecht irgendwie nicht nach dem, wonach es dann schmeckt. Das ist bei MyProtein anders. Es riecht extrem intensiv, finde ich. Also es ist wirklich chemisch und auch nicht sehr hoch konzentriert, finde ich. Aber ich, also wirklich bei manchen Geschmacksrichtungen könnte ich, wenn ich dran rieche, nicht sagen, wonach das dann schmecken soll. Ja, auch gut. Das ist bei MyProtein eben ein bisschen anders. Und deswegen war ich erstmal so, weiß ich nicht, muss ich halt mal probieren. Dürfte ich dann auch probieren und habe mir dann, wie gesagt, den Mango-Ananas gemacht. Und dann hat Cengiz dran gerochen. Und dann waren wir so, und, was ist drinne? Und Cengiz so, für sich? Und da haben wir, also... Zur Vorgeschichte zu Cengiz, als wir in der Fabrik waren, da haben wir natürlich verschiedene Prototypen getestet. Und es war nicht Cengiz sein bester Tag, was Geschmäcker erkennen angeht. Kann man so sagen. Er kam einmal mit der Dose SourApple zu mir und meinte so, das riecht doch nach Hustensaft, oder? Und es war halt... Und es hat halt einfach nach den Apple Rings von Duft gerochen. Und ich so, das ist so, Cengiz? Dein Ernst? Und dann irgendwann hattest du, glaube ich, bei dir drin die marokkanische Münze. Das war dann Hera. Ja. Digga, was? Und ich war so, hä? Und dann kam halt auch noch das mit dem Protein dazu. Und so, nee, völlig lost. Also Cengiz, absolut lost. Und deswegen ist das bei uns jetzt auch ein Running Gag. Immer wenn Cengiz irgendwas über Geschmack erzählt, muss einfach irgendeiner in der Runde einfach rufen. Piet! Ja. Das war auf jeden Fall... Cengiz muss mit dir auf jeden Fall auch eine Tabakeraten-Challenge machen, weil dann Cengiz wäre, glaube ich, der Erste der Null-Geschmäcker. Ja, Mann. Ist echt so. Ja, auf jeden Fall haben wir dann da unser Köpfchen fertig geraucht, viel gequatscht, was ultra cool war, weil es gab halt über die ganzen letzten zwei Jahre natürlich sehr, sehr wenig Events, man ist sehr wenig rausgekommen, man hat wenig von den Leuten mitbekommen, außer halt das, was jeder so auf Social Media mitbekommt. Aber man weiß ja genau, das, was man auf Social Media sieht und das, worüber man so alles quatschen kann, wenn man sich dann mal sieht, das sind immer zwei Paar Schuhe. Und deswegen war das extrem nice. Und dann haben wir auch ewig bei David gesessen, haben ewig Pfeife geraucht und ewig gequatscht. Und irgendwann waren wir aber so, ey Leute, morgen früh soll ins Gym gehen und so. Ich glaube, wir müssen dann mal langsam Feierabend machen. Ich glaube, wir haben um zwei, halb drei haben wir unsere Sachen gepackt und sind dann langsam los. Wir mussten ja auch noch, nee, bei David mussten wir nicht so lange fahren. Ja, bei David, von David zu unserem Hotel, in dem wir waren, war es jetzt nicht so lang. Von Cengiz zum Hotel war es relativ lang. Also man muss sagen, Cengiz und David wurden ja beide in Berlin. Aber eine Sache, die mir beim ersten Berlin-Besuch aufgefallen ist, wenn du von einem Ort zum nächsten kommen willst in Berlin, du brauchst insane lang. Also das ist wirklich schlimm. Gerade wenn du einmal quer durch Berlin musst, da bist du eine Stunde unterwegs. Ja, am zweiten Abend war das ja so. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, aber ja, safe. Ja, aber ich glaube, mit dem zweiten Tag machen wir auch gleich weiter. Ja, genau. Alex und ich sind motiviert in den Tag gestartet. Da dachten wir uns, ey, das Hotel hat ein Fitti, der René war da schon im Fitti, das machen wir. Ziehen wir morgen ein schönes Workout durch. In der Nacht habe ich noch gefragt, ja, haben die wenigstens Kurzhanteln da und so bis 30 Kilo oder sowas? Und dann hieß du so, ja, ja, ich glaube schon. Und dann, ich waren beide richtig motiviert, beziehungsweise ich war am Morgen erstmal down. Also ich habe, glaube ich, das Essen nicht so ganz vertragen, weil wir haben relativ viel durcheinander. Das war halt auch sehr viel, ne? Wir haben Döner gefressen, dann haben wir den fetten Burger gefressen und dann auch noch diese extrem krassen Bällchen hinterher. Also das ist schon eine kleine Belastungswoche. Ja, ich bin auf jeden Fall mit Bauchschmerzen aufgewacht und dann war aber so, es geht eigentlich und bevor ich jetzt hier im Bett rumliege, dann gehe ich einfach mit. Da habe ich dich noch in der Lobby gesehen, habe ich mich direkt angeschlossen und sind dann, haben wir uns den Schlüssel, glaube ich, geholt, ne? Genau. Und sind dann Richtung Gym gelaufen, ja. Und dann sind wir da in den Keller gekommen und dann hat sich uns ein Bild geboten, das uns entsetzt hat. Also erstmal standen wir irgendwie so halb vor dem Heizungsraum dann und in dem einen Raum war halt ein Laufband und dann sind wir in den nächsten Raum gegangen, wo ein Crosstrainer drin stand, der aber, also die Decke war super niedrig. Das heißt, ich mit meinen zwei Metern, ich hätte nicht mal auf dem Crosstrainer laufen können, ohne mir dauerhaft den Kopf in die Decke zu rammen, dann war da original Einturm. Ja, Einturm, also einmal mit Rudern, Latzug und Trizeps. Ja, und that's it. Und Trizeps war nicht mal irgendwie verstellbar nach unten, sodass man da noch hätte Bizeps machen können. Also hätte es einen Kopfstand machen können, um Bizeps zu trainieren. Herzlichen Glückwunsch. Dann standen wir da ungefähr fünf Minuten fassungslos und haben uns gedacht, kriegen wir hier jetzt irgendwie ein gescheites Workout rein, haben dann beschlossen, nein, kriegen wir nicht. Haben es dann gelassen, sind hoch, haben uns umgezogen und da wir noch ein bisschen Zeit hatten bis zu einem eigentlichen Abfahrtszeitpunkt, sind der Alex und ich einfach nochmal kurz ein bisschen durch Berlin spaziert. Obwohl das Lustige war, wir sind da hochgekommen, da kam unsere Nähe im Spotout für den Gegend, mit Booster schon intus. Hat sich schon den Booster reingehauen. Wir so, nee, kannst du eigentlich vergessen. Ja, und dann hatten wir halt noch ein bisschen Zeit und sind dann nochmal bis zum Hotel rumgelaufen. Ja, genau. Haben uns dann noch ein bisschen die Gegend angeguckt. Genau. Und dann ging es aber auch schon weiter. Also man muss sagen, es hat sich natürlich viel um die Fabrik gedreht und wir haben auch immer sehr viel über Blaze, Fuck Your Life und Hokain und die gesamte Shisha-Szene geredet. Aber wir haben auch immer ein paar coole Sachen zwischendrin gemacht. Und so eben auch an dem Tag, da sind wir nämlich frühstücken gegangen im Datscha. Und das Datscha ist ein russisches Restaurant in Friedrichskreuzberg, oder? Das, was er sagt. Ich glaube, Kreuzberg war das. Ja, genau. Sag ich ja, in Friedrichskreuzberg. Genau. Ja, da war das. Wer kennt es nicht? Nee, wer kennt es nicht? Wahrscheinlich war es das sogar Friedrichshain und ich habe einfach nur scheiße gelabert. Auf jeden Fall haben wir dann da sehr, sehr gut russisch gefrühstückt. Oh ja. Das war wirklich lecker. Du hast ja herzhaft gegessen. Ja, ich habe eigentlich zu Mittag gegessen, kann man sagen. Ja, und ich habe mir so ein Friendly, ich hatte halt noch ein bisschen Flourmand und ich dachte, so ein French Toast geht schon. Ja. Das war ein... Das ist ja auch nicht süß, da ist kaum Zucker drin, das geht schon. Es war ein Riesendessert einfach gewesen. Ja. Aber es war super lecker. Ja, also war echt geil. Also falls ihr aus Berlin kommt, Datscha, wenn ihr mal Bock auf russische Küche habt, kann man empfehlen. Auch sehr, sehr geiler Tee, wie sich da teils so gehört bei den Russen. Und dann sind wir aber auch schon weiter, weil was macht man als Shisha-süchtiger Mensch, nachdem man gegessen hat? Richtig, man braucht ein Pfeifchen. Und dann sind wir mit dem Blaze-Bus mit offenen Türen durch Berlin gefahren, sind noch an ein paar Sehenswürdigkeiten, unter anderem den Brandenburger Tor, vorbeigefahren, haben uns das alles angeguckt, haben schön aus dem Bus gelunzt, haben ein bisschen was von Berlin gesehen und dann, oh, weißt du noch, wie die Straße hieß? Nee, das weiß ich nicht mehr. Kudamm? Ist die am Kudamm? Kudamm? Ja, ich glaube, das war der Kudamm. Das war aber so das Ende vom Kudamm, glaube ich. Auf jeden Fall sind wir dann da in die Vikings-Lounge. Eine Lounge, von der mir schon Anna erzählt hat. Anna war auch schon ein paar Mal in Berlin. Und meinte dann, ey, Vikings ist richtig geil. Da kannst du auf jeden Fall hingehen. Die haben Funnel, HMD, coole Pfeifen, alles geil da. Dark Blend auch. Ja, und dann sind wir da hingegangen, sind reingekommen. Und man kann es selber bauen, wenn man möchte. Wurde uns gesagt. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so eine Allgemein-Info ist, dass wir konnten in dem Fall selber bauen. Weil man die Leute gekannt hat und so weiter. Genau. Ja, und dann sind wir da rein und dann ist uns schon der Philipp entgegen gehüpft, der sich total gefreut hat, dass wir da sind. Meinte so, ah, ich habe eure Storys gesehen. Ich bin direkt hergekommen. Und dann haben wir da selbst eine schöne Pfeife gebaut und haben wir da noch schön geraucht. Und echt geil, sehr motiviert. Fand ich noch cool. Dann kam der Hooker-Master rein, ist an uns vorbeigelaufen und hat mich total entgeistert angeguckt, während er so an uns vorbeigegangen ist. Und dann alle schon so, der kennt dich, der kennt dich. Und war dann auch wirklich so. Ich habe dann irgendwann mit den zwei, so mit dem Philipp und mit dem Hooker-Master, so ein bisschen gequatscht. Und meinte dann so, wie kam es eigentlich, dass ich hier umgestellt habe? Und dann meinte er so, ja, wegen dir. Und ich so, okay, perfekt. Bin ich jetzt schuld, dass eine Berliner Bar auf Funnel und HMD umgestellt hat, wegen mir? Und ich kann jetzt Funnel und HMD in dieser Berliner Bar rauchen. GG, Digga. Der könnte auf jeden Fall öfter so laufen. Bei anderen Bars auch. Ja, bei anderen Bars bitte auch. Also nehmt euch da sehr gerne ein Beispiel am Vikings. Ja, also saucool. Und die haben jetzt halt einige Versas da, die haben ein paar russische Pfeifen da, die haben praktisch das ganze Arsenal an Focke-Life, Blaze und so weiter. Hatten aber auch noch Must-Have da, Darkside gibt es auch. Und da kann man halt schön sich einen Lit-Lib mit einem HMD, gibt natürlich auch andere Köpfe, aber zum Beispiel, wir haben halt natürlich die Lit-Libs genommen, wir waren ja auch mit Hooker-In unterwegs. Und dann haben wir da einen schönen Lit-Lib mit einem HMD, mit einem guten Dark-Blend auf einer nice Pfeife geraucht. Und innenrichtung fand ich auch super schön. Sehr schön. Richtig schöne Couches, sehr rustikal gehalten. So Wikinger-Style halt auch. Also wie man sich so eine, falls ihr Vikings gesehen habt, so ein bisschen wie die Festhallen dort eingerichtet waren, so ist eigentlich auch das Vikings eingerichtet. Also da haben die den Namen zum Programm gemacht und haben dort auf jeden Fall sehr, sehr schön eingerichtet. Und jetzt haben wir auch definitiv eine gute Empfehlung, falls ihr aus Berlin kommt oder mal in Berlin seid, definitiv ins Vikings gehen, gute Setups, coole Jungs, gute Pfeifen. Yes. Kann man so abhaken. Und danach ging es weiter. Ja, danach sind wir eigentlich nochmal in die Fabrik gefahren, haben dann da nochmal weitere Prototypen getestet. Da wurde uns auch der Limette, den sollten wir mal probieren, das war ein komplett neuer Prototyp. Wurde in verschiedenen Aromen-Mixturen angemischt. Und wir sollten mal sagen, was denn unsere Präferenz ist. Und da waren wir uns auch alle sehr uneinig, muss ich sagen. Also ich... Perfekt? Nee, ich glaube, wir beide hatten relativ gleichen Geschmack gehabt, was die Flavor angeht. Und ich glaube, Cengiz und David waren relativ gleich. Ich glaube, ich hatte die Eins. Hattest du auch die Eins? Ich hatte auch die Eins. Und die anderen beiden hatten die Drei gehabt. Und der Zweite hat irgendwie ein bisschen nach Gurke geschmeckt. Perfekt. Wobei Limette-Gurke auch geil ist. Das stimmt. Aber wenn es ein purer Limette sein soll, da war ich auf jeden Fall bei der Eins. Dann muss da wahrscheinlich keine Gurke mit drin sein. Genau. Aber da haben wir auf jeden Fall noch verschiedene Prototyp getestet. Noch ein paar andere Koffer gebaut, weil es waren ja extrem viele Flavor am Start. Die verschiedenen Bases waren am Start. Und ja, hatten dann nochmal einen schönen Abendgabend, einen schönen Nachmittag gehabt. Ja, spät Nachmittag. Genau. Und dann waren Marvin und ich halt so, wir konnten heute Morgen nicht ins Training. Und eigentlich ist das Goldstrim hier in Berlin. Und eigentlich ist Cengiz da auch angemeldet. Und eigentlich sollten wir da auch hingehen. Genau. Also haben wir alles dran gesetzt, dass wir irgendwie absprechen konnten, dass wir da noch hinkommen. Und das hat dann auch geklappt. Ja, da sind wir irgendwann losgefahren. René konnte leider nicht mitkommen. Ja, das war ein bisschen belastend. Aber die anderen hatten halt schon ein bisschen was getrunken. Wir haben alle nichts getrunken. Aber es hieß halt, dass einer dann da bleiben muss, der die anderen auch fahren kann. Na klar. Und das war dann in dem Fall leider der René. Aber da sind wir dann zu viert in die Autos gestiegen. Wir sind dann ab Richtung Goldstrim gefahren. Wir haben uns allen noch ein bisschen Merch geholt. Weil wenn du schon mal im Goldstrim bist, als Erinnerung natürlich auch, nimmst du dir natürlich noch was mit. Ja, ich habe mir erst mal zwei Tanktops gezogen. Ja, ich habe mir ein T-Shirt gezogen. Finde ich auch übel cool, muss ich sagen. Und ja, es gibt kein Probetraining im Goldstrim. Das heißt, du kannst ein Einmaltraining für 30 Euro kaufen. Wäre natürlich sehr, sehr teuer. Aber wenn man halt mal ein Goldstrim vor der Nase hat, dann geht man halt rein. Also jeder fitnessbegeisterte Mensch weiß, das Goldstrim in Venice ist ungefähr das Mecca von jedem fitnessbegeisterten Mensch. Und auch wenn wir halt gerade nicht in Venice waren, waren wir halt wenigstens in Berlin am Goldstrim. Und dann haben wir gesagt, scheiß auf die 30 Euro, ich will einmal im Goldstrim trainieren. Und das haben wir dann auch gemacht. Und dann sind wir mit David und Cengiz schön ins Goldstrim rein und haben da ein schönes Workout durchgezogen. Ja, ich glaube, wir haben alle Push gemacht, glaube ich. Also wir beide haben auf jeden Fall Push gemacht. Ja, Cengiz hat ja so ein Larifari-Ganzkörperding gemacht. Aber mit Cengiz ist ja dann noch was anderes Nices passiert im Goldstrim. Ja, weil Marvin und ich haben einen Bankdrücken gemacht. Also Marvin war da, glaube ich, noch bei den 95 Kilo gewählt. Ja, ich habe gerade darum gekämpft, die 95 3x8 zu schaffen, sodass ich auf 100 hochgehen darf. Und zwar 2x8, 1x7. Und ich habe Marvin wirklich halb verrecken gelassen unter der Bank, bis ich halt irgendwann sagen musste, okay, ich muss anheben, ansonsten geht es nicht. Ich habe es nicht hingekriegt. Ja, ich habe mit den 110 gekämpft und irgendwann kam Cengiz dann so an. Der hatte einen Einsatz, glaube ich, mit 80 oder 60 Kilo gemacht. Was aber eigentlich krass ist, fürs erste Mal wieder trainieren, 80 Kilo und Respekt. Aber er hat dann halt so gesagt, so gesehen, als ich die 110 gedreht habe, so, ja, das schaffe ich auch easy. Und dann hat sich da halt irgendwann so eine Wette entwickelt, weil ich halt gesagt habe, kannst du vergessen. Also nicht, wenn du halt die ganze Zeit nicht trainiert hast, da wirst du jetzt nicht die 110 schaffen. Und er meinte so, bis zu meinem Geburtstag, bis zum 29.08. schaffe ich 110 Kilo auf 10 Wiederholungen. Was ist das September? Was habe ich gesagt? 29.08. 29.09. Ja. Schaffe ich 110 Kilo mit 10 sauberen Wiederholungen. Da sind wir mal sehr gespannt. Und ihr habt um 150 Euro ESN-Gutschein gewettet. Genau. Finde ich auch sehr gespannt. Ich habe Cengiz schon gewertet und letztens noch ein bisschen geschrieben gehabt. Meine ich so, best case für mich wäre eigentlich, wenn du 110 neunmal drückst. Ja. Dann hat er gute Fortschritte gemacht und du trotzdem den ESN-Gutschein. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich halte es ein bisschen für unrealistisch. Also nichts gegen Cengiz, aber ich muss sagen, ich selber bin ja ein bisschen länger schon oder aktiver dabei. Und ich kämpfe selber um die 110 mal 8. Und 110 mal 10 ist halt schon mal eine Ansage. Das ist wirklich eine Ansage. Ja. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Aber ist Cengiz ein Stück größer als du? Der ist ein Stück größer als ich, ja. Okay, also vielleicht eine andere Ausgangslage, aber ist trotzdem ein gewagtes Unterfangen. Könnte auch wieder nach Hebel sein von Namen her. Also es kommen ja immer andere Faktoren noch dazu. Und man muss auch dazu sagen, Cengiz ist ja kein Neueinsteiger. Der war auch schon mal deutlich besser im Game. Das heißt hier irgendwie mit Muscle Memory Effect ist das. Ich merke es ja bei mir selbst. Von den 50 Kilo im Dezember, wo ich angefangen habe, zu den 100 Kilo, ging jetzt innerhalb von drei Monaten. Ich habe auch zu Cengiz gesagt, du warst früher auf jeden Fall mal besser dabei. Deswegen denke ich, dass du von Stand jetzt zu den 100 Kilo relativ schnell kommst. Aber ich habe gesagt, so von 100 auf 110, das ist nochmal ein ganz anderes Level, als man sich eigentlich vorstellt. Und genau das merke ich jetzt gerade bei mir. Ich bin jetzt bei 105 Kilo. Die 100 habe ich sauber 3x8 gedrückt. Und dann bin ich auf 105 hoch. Und ich bin verreckt. Ich habe 6, 5, 4 geschafft. Aber es war wirklich so schwer. Es war so schwer. Also ich merke jetzt auch wieder so, sobald du an diese magische 100er-Grenze kommst, früher habe ich mich jedes Training um 5 Kilo gesteigert. Und jetzt brauche ich wahrscheinlich 5 Trainings für 5 Kilo, die ich hochgehen kann. Du siehst es ja auch bei mir. Also ich meine, wir haben ja relativ oft jetzt in letzter Zeit trainiert. Du hast dich immer weiter gesteigert. Und ich bin die ganze Zeit bei den 110 Kilo hängen geblieben, weil ich einfach nicht vorn kam. Und ich meine, ich trainiere eigentlich relativ hart und relativ gut auch, was Ausführungen usw. angeht. Und ja, deswegen denke ich auch, dass da so der größte Knackpunkt sein wird bei Cengiz. Ja, denke ich auch. Aber die Auflösung wird es dann wahrscheinlich in der Shisha-Cast-Folge 35 geben oder so. 35? Ja. Ja, 10. Ja, weiß man nicht. Ich meinte einfach nur, da müssen wir noch ein paar Tage drauf warten. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und er will seinen Progress ein bisschen in Storys festhalten. Da bin ich gespannt. Da bin ich auch sehr gespannt. Da ärgere ich mich, dass ich nicht mehr Bilder und Videos am Anfang gemacht habe, um meinen Progress zu zeigen oder auch alleine für mich zu haben. Ja. Ja. Aber da waren wir auf jeden Fall im Gym. Danach wollten wir noch was essen. Wir hatten wirklich die Motivation, gesund zu essen, aber es hatte leider so gut wie alles zu. Und dann haben wir uns halt Burger King mitgenommen und dann sind wir noch zum Cengiz gefahren, haben da unsere Burger gemampft und dann noch ein schönes Köpfchen bei Cengiz geraucht. Wobei man eigentlich zugeben muss, dass wir fast mehr mit den süßen Katzen vom Cengiz gespielt haben, als dass wir uns auf unsere Köpfchen. Ja. Und fixiert haben. Oh, die, wie, Balou und? Weiß ich auch nicht mehr. Nee, nicht Mika. Ich weiß auch nur noch Balou. Ja. Ah, so süße Katzen. So flauschig. Ja, super flauschig. Und wirklich ultra süß. Und die Frau von Cengiz hat uns noch einen sehr leckeren Tee gemacht. Ja, einen Chai. Ja. Ja, das war auch sehr cool. Auch ein sehr, sehr liebes Mädchen. Und dadurch, dass der Tag doch sehr anstrengend war, war man bei Cengiz auch nicht so lange wie bei David am Vortag. Ich muss sagen, da war ich halt eigentlich die größte Hürde. Ich war dann irgendwann so am Arsch, ein langer Tag, schlecht geschlafen im Hotel. Ich schlafe in Hotels immer scheiße. Ja, bei dir muss man halt auch dazusagen, du bist halt sehr groß. Ja. Und Betten plus Bettdecke ist bei dir halt immer so ein Ding. Ja, also die Bettdecke gehört halt irgendwo beim Schienbein auf. Ich schlafe dann meistens, also daheim habe ich halt eine 2,20 Meter mal 2,40 Meter Decke und ein 2,20 Meter Bett auf 1,60 Meter oder 1,80 Meter. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube 1,80 Meter hat es so gesagt gehabt. Ich glaube 1,60 Meter. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall habe ich ein großes Bett und eine große Decke daheim. Und so passt das dann eben auch für einen großen Mensch. Und im Hotel hatte ich dann ein 2 Meter mal 90 Bett und eine Bettdecke, die gefühlt 10 mal 20 Zentimeter groß war. So, das heißt, ich konnte gerade so meinen Arsch zudecken und der Rest lag halt nackt da. Dann schlafe ich auch immer mit Socken, weil die Füße sonst immer rausgucken. Aber mit Socken schlafen ist dann auch wieder weird. Long story short, ich habe beschissen geschlafen. Es war ein langer Tag. Es war ein hartes Training. Und dann saßen wir beim Cengiz auf der Couch und irgendwann sind mir halt einfach die Augen zugefallen. Ja, also man hat auch bei Marfug ich gesehen, der ist durch. Du warst echt am Arsch an dem Abend. Also ich war wirklich am Ende. So nach Training und Burger King, dann war halt vorbei. Und dann war ich irgendwann so, Jungs, können wir vielleicht heimfahren? Ich bin ein bisschen müde. Ich würde gerne ins Bett fallen. Ja, und dann haben wir uns dann relativ schnell sogar losgemacht. Ich glaube, es war so um halb eins oder sowas. So früh? Ich glaube, an dem Abend war es relativ früh. Nee, kommt es nur so spät vor, weil wir dann nochmal eine knappe Stunde zum Hotel gefahren sind. Und wir sind dann bei David ins Auto gestiegen. Und wie wir gerade eben schon gesagt haben, von Berlin nach Berlin, da fährt man auch mal gut und gerne etwas länger. Und sind wir losgefahren. Navi hat, glaube ich, 45 Minuten oder sowas gesagt. Ja. Nach fünf Minuten, ungelogen, Marvin, geschlafen. Weg. Weg. Ich habe mich noch mit David ein bisschen unterhalten über Berlin und so weiter. Aber Marv hast du nur gesehen, hängt so da im Auto. Ich habe mich ins Auto gesetzt und war so. Ja, und du hast wunderbar geschlafen. Knocked out. Du bist auch dann erst aufgewacht, als wir hier beim Hotel waren. Ja, so ungefähr. Da habe ich mir schon die erste Dreiviertelstunde Schlaf geholt. Ja, und am dritten Tag, den können wir eigentlich ein bisschen kurz halten, weil da ist nicht besonders viel passiert. Wir sind ins KDW gefahren, ein riesen Einkaufszentrum in Berlin, sind da ein bisschen rumgelaufen, haben uns ein paar Sachen angeguckt. Ja, das ist das Einkaufszentrum. Entschuldigung. Sollte ja kein KDW-Front werden. Ein riesiges Einkaufszentrum. Es ist das Einkaufszentrum in Berlin, wie der Alex sagen würde. Und dann sind wir da ein bisschen rumgelaufen, haben uns ein paar Sachen angeguckt. Ich glaube, es hat sich keiner überhaupt irgendwas gekauft. Und dann sind wir oben noch in den Kartoffelacker zum Frühstück gegangen. Und heilige Scheiße. Also, wenn ihr in Berlin wohnt, auf jeden Fall zu Kartoffelacker gehen zum Frühstücken. Total. Ich hatte Avocado-Toast und Ex-Benedict. Und beides war fucking on point. Es war so lecker. Ich konnte mir in der Vorstellung nicht auswählen, wie perfekt mein Avocado-Toast man gab. Also, es war kein Toast. Es war getoastetes Brot. Geil. Mit, ich glaube, Frischkäse oder sowas drauf. Und dann Avocado mit... Da kam ich mir mit meinen Avocado-Toastbrötchen daheim echt armselig vor. Aber das war... Das war brutal. Ich hätte noch die Pancakes gehabt. Die waren auch geisteskrank. Also, no joke. Wenn ihr in Berlin seid, geht ins KDW zu Kartoffelacker. Es war hervorragend. Würde ich in der Nähe von dem Ding wohnen, ich glaube, ich wäre da dreimal die Woche aufzustücken. Ich würde arm werden. Allein wegen Essen. Ja, safe. Ja. Und dann sind wir heimgefahren. Genau. Wir mussten auch bei der Fabrik vorbei. Das hat uns nochmal zwei Stunden gekostet, weil Berliner Feierabendverkehr. Dann waren wir im Bus und dann sind wir heimgefahren. Und ja, dann haben wir uns noch ein bisschen abgewechselt beim Fahren. Ja, beziehungsweise du und René haben sich abgewechselt. Ja. Weil ich habe gesagt, das Größte, was ich gefahren bin, ist bisher eine C-Klasse gewesen. Ja. Und da wollte ich keinen Bus fahren, bin ich ehrlich. Der Bus ist schon riesig. Ich bin wenigstens schon den Vito und Viano von meinem Papa gefahren. Das sind immerhin schon mal, wie sagt man, Kastenwagen, so ein Bus halt. So ein Van. Ein Van ist richtig. Ja, genau. Nicht so groß wie der Placebus, aber halt schon eine gewisse Größe. Aber ich hatte halt auch schon das Boot hinten dran und bin dann mit dem Viano-Van und dem Boot hinten dran gefahren. Und das ging auch. Also ich war es da ein bisschen mehr gewohnt und dann haben René und ich uns ab und zu abgewechselt. Und ich bin dann irgendwann noch bei Hälfte der Hüttel der Fahrt. Und als René sich wieder hingesetzt hat, bin ich dann auch vorne zum René, dass er, dass ich ein bisschen bespaßen kann, in Anführungszeichen. Einfach nur, weil wenn du da sitzt, einfach die ganze Zeit Tempomat drin hast, du wirst halt müde. Ist ja klar. Und dann einfach mit dem noch ein bisschen gequatscht, bis wir angekommen sind. Ja. Und das war auf jeden Fall unser Berlin-Wochenende und das war sehr, sehr nice. So, jetzt haben wir relativ lange über unser Special-Thema gequatscht und wir müssen aber eigentlich noch kurz über ein paar News reden. Auch wenn sich mein Kopf schon langsam dem Ende neigt. Aber dann machen wir heute mal eine Speed-News-Runde. Erstes Thema, das ich ansprechen wollte, hatten wir auch schon im letzten Cast und zwar den Must-Have Blary. Deswegen hab ich den extra nicht mit reingenommen eigentlich. Ja, aber ich wollte nochmal hervorheben, dass ich diesen Tabak immer noch übertrieben geil finde. Meine zwei Dosen, die bei mir ankamen, im Nullkommanichts leer gesuchtet habe und ich absolut begeistert bin und auch schon extrem viel gutes Feedback aus der Community gehört hat. Würde ich mich direkt anschließen. Blary, super geil. Ich muss sagen, ich werde langsam ein bisschen wärmer mit dem Team Orange. Okay. In säuerlichen Mixes, brutal. Mit Queez-Move, was ich letztes Mal auch im Cast geraucht hatte. Queez-Move und Traum-Münze, super geiler Mix. Wild. Die Blaze-Prototypen hatten wir eben schon abgehakt bei der Berlin-Tour und dann wären natürlich noch die neuen Fogger Live-Flavor kurz anzusprechen. Aber die haben wir, glaube ich, auch schon größtenteils besprochen. Ja, man kann halt sagen, die sind rausgekommen. Genau, die sind jetzt released. Cola, Orange und marokkanische Münze sind rausgekommen jetzt als erster Drop. Momentan gibt es nur noch die normale Base. Die anderen kommen aber am 2.4. Also sollten auch schon draußen sein, wenn der Cast online kommt. Genau, wenn der Cast rauskommt, dann könnt ihr euch bei Hookah-In auf der Seite oder auch bei jedem anderen Shisha-Händler wahrscheinlich die neuen Bases holen, weil es kommt ja nicht nur die normale Base, sondern auch noch eine Nature Base und eine Dark Base. Die Nature Base ist auch ein Burley-Tabak, der aber bearbeitet wurde, sodass er relativ wenig Nikotin hat. Also selbst wenn ihr Darkblend zu stark findet, könnt ihr die Nature Base rauchen, habt noch einen gewissen Grund-Tabak-Geschmack von dem Burley mit dabei, aber eben nicht das ganze Nikotin. Und wer dann den Burley-Tabak-Geschmack haben will und Nikotin, der kann eben zu der Dark Base greifen. Und das sollte jetzt alles rausgekommen sein. Genau. Und was auch noch rausgekommen ist, sind neue Farben beim AO912-HMG. Genau, hat mich erreicht. Finde ich sehr, sehr cool. Schwarz, Rainbow, eine Bronze oder so eine kupferfarbene, ist glaube ich sogar mein Liebling. Und Gold. Also sehr, sehr cool. Ja, finde ich auch cool. AO-HMD ist für mich mein absoluter Favorit, was Edelstahl-HMDs angeht. Sehr. Und du hast ihn ja auch gerade an. Ja. Also das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr nice. Es kam auch ein neuer nicer Tabak auf den Markt. Da haben wir ja schon mal kurz drüber geredet in der Folge, wo wir über das Shisha Winterland geredet haben. Beim By Candy stand, dürften wir da nämlich den neuen Prototyp vom Grape Kiss rauchen. Ja. Und auch der ist jetzt endlich rausgekommen. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Ist eine leckere Traubennote, gepaart mit einer Süßigkeiten-Note und noch etwas Cooling mit dabei. Für mich ein sehr geiler Tabak. Kann man in jeden süßen Mix mit reinbringen oder als Konternote auch in sauren Mixes. Sehr, sehr nice. Ist ja auch noch die Traubennote mit dabei. Aber ist ein echt guter Tabak geworden. Also die vierte Sorte jetzt von By Candy auf dem Markt ist. Hervorragend. Passend dazu ist auch ein floraler Tabak rausgekommen. Und zwar der neue Dark Super von Darkside. Das Ganze ist grüner Tee mit Jasmin. Ich persönlich würde sagen, bei mir in Mixes maximal 10 bis 20 Prozent, weil er sehr intensiv ist. Und man muss halt wirklich auf diese grüne Tee-Note mit Jasmin stehen. Aber wer floral mag, ist glaube ich damit ganz gut bedient. Und die Teekanne kam mir noch an. Bei mir nicht. Das ist aber schade. Das ist sehr schade. Und ich bin sehr sauer auf Darkside, dass ich diese Teekanne nicht bekommen habe. Bin ich sehr, sehr traurig. Dafür haben wir aber beide was anderes bekommen. Und zwar gibt es neue Untersetzer aus dem Hause Case. Genau. Liegt gerade auf dem Tisch hinter uns. Auf dem Schreibtisch habe ich ja nur den LED-Untersetzer. Beim Alex seht ihr es auch nicht. Aber die sind auf jeden Fall cool geworden. Also falls da noch jemand nach einer Untersetzermatte guckt und nicht die SWG-Matte möchte, vielleicht gefallen euch die von Case besser. Was ich sagen muss, was mich sehr geflasht, aber was ich sehr cool finde, sind die Kopfbohrmatten. Weil es gibt einmal das Monologo, also wo es einfach nur das Case-Logo drauf ist. Ist relativ normal groß, sage ich mal, wie die Mosenmatten. Und dann gibt es das komplette Logo und das ist eine wirklich relativ große Matte. Ziemlich groß. Wo du auch wirklich Platz hast. Die hatten wir ja auch im Winterland dabei. Da kannst du deine Köpfe drauf abstellen. Da hast du nichts, saust du nichts voll. Ja. Also das finde ich sehr, sehr cool. Ja, definitiv. Holster-Socken-Paket statt Grape, Alex. Was ist da los? Ich habe mir eigentlich ein bisschen Holster-Grape-Nachschub geholt. Und Nino dachte sich, ja, der Typ hat keine Socken. Ich mache das Paket auf. Ich brauche jetzt keine Socken mehr. Ich habe, glaube ich, 15 Paar Socken von Holster jetzt zu Hause. Wild, 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 wild. Auch die Crazy-Socken mit den ganzen Flavern drauf. Hatte ich sogar letztens die Bloody-Punch-Socken im Beintraining an. Perfekt. Kannst du Flagge bekennen beim Training im Gym. Was auch noch neu rausgekommen ist, was ihr gerade so halb auf dem Köpfchen von Alex seht, ist der Blaze-Tornado in weiß. Es gab ja schon mal einen Drop von Blaze-Tornado. Habt ihr vielleicht schon bei mir in der Story gesehen. Sehr cooler, extrem flacher Kopf. Hatten wir es auch schon mal genauer von dem Cast. Aber da ist jetzt eben auch die weiße Variante rausgekommen. Ist aber auch eine Limited-Variante. Also ob es den noch gibt. Wenn der Cast hier online kommt, weiß ich nicht. Aber andere Farbgebungen sind schon angedacht. Hab ich gesehen. Also er soll definitiv wiederkommen. Und der Tiny-Lipf-Nookerien kam noch raus. Habe ich noch nicht getestet persönlich, weil es ein Alu-Kopf ist. Ja, sehe ich auch bei mir nicht passieren. Aber für Alufolie, Apple on top, interessantes Depot. Denke ich auch. Aber ja, wir sind halt beide eher Team HMD, von daher eher uninteressant für uns. Ein neuer Tabak, der auch noch rauskam, der mich sehr, sehr positiv überrascht hat, war der Bero Mint von Savu. Das Ganze ist ein Traube-Cooling, aber es ist eine dunkle Traube. Das heißt, der hat so einen Touch vom alten Black Nana mit einer Cooling-Note dabei. Und ich mische den mittlerweile immer mit Minze. Super lecker. Also kann ich dir auch echt ans Herz legen, wenn du den mal probieren willst. Super guter Tabak. Ja, kannst du ja mitbringen für den Cast. Ja, könnte ich eigentlich machen. Schön, dass wir vorher drüber geredet haben. Ne, also das war auf jeden Fall ein neuer Tabak von Savu. Ich meine, Haus-Savu, eh immer ganz gute Flavor. Ja, immer grundsolide eigentlich. True. Und wie solide war dein Shisha-World-Paket? Ja, haben mir die beiden neuen Pfeifen einmal aus dem Hause Smokzilla, einmal aus dem Hause Invi geschickt und den neuen Soran-Teller. Also das ist ein Blow-Off-Teller, der, glaube ich, auch auf die Priest 2 passt, wo der Rauch dann aus dem Teller nach unten wegkommt. Muss man natürlich dazu sagen, funktioniert nur bei Pfeifen, die ein System haben, um den Rauch irgendwie nach oben zu lenken. Man kann ihn jetzt natürlich nicht auf jede x-beliebige Pfeife packen und einen Teller-Blow-Off haben. Das funktioniert physisch leider nicht, wenn der Rauch nicht irgendwie nach oben gelenkt wird, Freunde. Ja. Weil ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber bei mir auch oft, ja, kann ich den Teller von der Breeze jetzt auch auf meine Amy 440 packen? Nee. Das geht nicht. Ja, habe ich gerade gar nicht darüber nachgedacht. Gut, dass du gesagt hast. Nee, aber der Soran-Teller kam an, habe ich noch nicht getestet. Weil ich auch getestet habe, ist die Smokzilla. Ich weiß gerade gar nicht den Namen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, perfekt. Also ich weiß den auch nicht. Nee, aber kommt irgendwie mit auch wieder sechs, sieben Plovs oder sowas, was du beim Rauchen verstellen kannst. Ah, verstellbar, nicht umbaubar? Nee, genau. Also du kannst beim Rauchen hier in der Mitte verstellen, wie bei der Pro X Mini, bei dem Explorer. Das ist cool. Nur mit mehr Varianten. Genau. Ist, glaube ich, auch ein Lizenzprodukt. Was heißt? Zwischen Shisha World und Stimulation. Ah, okay. Genau. Also ist nichts kopiert oder sowas, alles abgesprochen. Finde ich ganz cool. Gerade für den Smokzilla war was anderes. Kein Alubomber. Rauchverhalten ist okay. Also kann man auf jeden Fall machen. Ist mir persönlich ein bisschen zu groß, aber könnte hin und wieder mal laufen. Die Invi finde ich eine super interessante Pfeife, weil in der Rauchsäule ein LED-Rohr verbaut ist. Das heißt, deine Rauchsäule kann leuchten. Okay. Auch mit RGB, also kannst du mit der Fernbedienung umstellen. Finde ich schon cool, muss ich sagen. Es hat halt immer so ein bisschen was von Disco-Tuning, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es da einige Leute geben wird, die das extrem geil finden. Ja, aber apropos Stimo. Da kam ja auch noch was Neues raus. Da kam definitiv was Neues raus. Die erste Folge vom Shisha-Cast, wo wir jetzt drüber reden können. Die neue Stimulation Pro X Prime kam raus. Der Nachfolger für die Prime Pro X. Die Namensgebung wurde da angepasst. Es gab ja schon die Pro X und die Pro X 2, aber natürlich auch die Pro X Mini. Und da wäre die Prime Pro X natürlich rausgefallen, wenn die das so rum gemacht hätten. Deswegen finde ich es nur logisch, dass sie die jetzt Pro X Prime genannt haben. Die Pro X Prime ist, wie der Name schon verrät oder wie man das eben von Stimulation so gewohnt ist, eine etwas größere Einschlauchpfeife. Also eigentlich kann man sagen, die Pro X Mini ist halt jetzt die kleinste. Die Pro X ist natürlich die große Vierschlauch. Und genau in der Mitte gibt es jetzt eben auch noch eine etwas größere Einschlauchvariante. Der Unterschied zu der Pro X Mini ist, dass die Pfeife ein paar mehr Feature mitbringt. Man hat zum Beispiel das Dip-Tube-Control. Das Stimulation hat da immer sehr besondere Marketing-Terms für sehr einfache Dinge. Dip-Tube-Control ist nichts anderes wie ein ausziehbares und umdrehbares Tauchrohr, sodass man entweder mit oder ohne Diffuser rauchen kann. Was auch mit dabei ist, ist das Stimulation Airflow-Control-System. Das ist einfach nur, du kannst den Durchzug einstellen. Das heißt, du kannst an deinem Schlauchadapter drehen und kannst somit einstellen, wie viel Durchzug du haben willst. Da muss ich für mich sagen, Dip-Tube-Control ist nice, habe ich auch häufiger benutzt. Airflow-Control ist für mich, also das System funktioniert wunderbar und es macht genau, was es machen soll, nur bin ich halt einfach immer auf dem maximalen Durchzug. Same, also ich habe das auch ausprobiert bei mir zu Hause. Ich habe da ein bisschen dran rumgespielt und dachte dann so, eigentlich würde ich die ganze Zeit auf dem maximalen Durchzug rauchen. Ja, und genau so ist es bei mir auch. Es gibt bestimmt Leute, die sagen, okay, ich will ein bisschen stärker, also ein bisschen weniger Durchzug haben. Ja, ich will fester ziehen müssen. Genau, aber ich finde den perfekten Durchzug, finde ich auch für die Pfeife perfekt. Ja, same. Also den maximalen Durchzug finde ich auch perfekt. Und speaking of maximaler Durchzug, da ist jetzt das Stimulation High-Flow-System mit 25% mehr Durchzug. Und wie ich schon im Review gesagt habe, und by the way, wenn ihr einen ausführlichen Bericht über nur diese Pfeife sehen wollt, guckt euch gerne das Video-Review an. Das High-Flow-System soll 25% mehr Durchzug bringen und ich bin mir sicher, dass Stimulation das mit Fancy-Geräten auch gemessen hat und es dann auch genau 25,13897% mehr Durchzug waren. Es ist ein super Durchzug. Ja. Fertig. Also viel muss man dazu nicht sagen. Stimulation war vom Durchzug immer so ein bisschen hinter Aeon und deswegen konnte man eigentlich immer sagen, wenn der Durchzug extrem wichtig ist, beziehungsweise ein besonders leichter Durchzug extrem wichtig ist, dann solltest du wahrscheinlich eher zu einer Aeon greifen. Aber auch dieser Vorteil ist jetzt Geschichte, hat Stimulation gut aufgeholt. Der Durchzug ist nice von der Prime. Und es ist definitiv die Stimulation-Pfeife mit dem besten Durchzug. Ja, bin ich auch dabei. Anzug ist natürlich bei der Mini noch ein bisschen geiler. Deswegen habe ich gerade kurz die Mini im Kopf, habe gerade kurz überlegt, aber Anzug... So rein vom Durchzug her ist die Pro X Prime jetzt extrem geil. Yes. Und wo wir gerade bei einer extrem teuren Pfeife waren, also die Pro X Prime, die kostet ja... Ich möchte aber bei der Stimo noch was ergänzen. Und zwar finde ich es sehr bemerkenswert, hat uns der Alex ja erzählt, die Edelstahlpreise sind ja alle extrem angestiegen und der Preisanstieg bei der Stimo hat sich extrem in Grenzen gehalten. Ich habe die Zahlen nicht mehr genau im Kopf. Ich glaube, Edelstahlpreis war in irgendwas über 120% Preissteigerung und die Stimo ist 4% hochgegangen. Und das finde ich wirklich bemerkenswert. Das ist schon krass, ja. Da bin ich mal gespannt, was die Konkurrenz so machen wird. Also wenn die nächste Aeon rauskommt, müssen die eigentlich unweigerlich auch mit dem Preis hochgehen. Die Frage ist natürlich, wie viel. Aber im Moment hat Aeon natürlich noch einen kleinen Preisvorteil, weil zum Beispiel die Aeon Edition 4 Launch, die gibt es immer noch für die 259 Euro. Die Invertraussäule kostet ein Fuffi. Bei Stimulation kostet die Basisvariante 280 Euro und der günstigere von beiden, X-Blower of Adaptant, kostet 52 Euro. Also du bist mit der Stimo etwas teurer unterwegs. Aber wie gesagt, kam die Stimo Pro X Prime halt auch jetzt gerade raus. Und die Aeon gibt es schon eine ganze Weile. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass wenn dann eventuell irgendwann endlich mal die Edition 5 kommt. Übrigens, wo bleibt die Aeon? So, we're waiting, bro. Innerhalb der nächsten 10 Jahre haben wir letztes Mal schon gehört. Das haben wir schon geklärt. Nee, aber da bin ich mir eigentlich sicher, dass die auch noch vom Preis hochgehen werden müssen. Und dann ist auch wieder der Preisvorteil, den Aeon jetzt gerade noch mit der Edition 4 hat, Geschichte. Obwohl ich am Ende eh sagen muss, Stimo und Aeon ist für mich immer eine Geschmackssache. Also die Frage des Geschmacks, welche du dir holst. Du bist mit Bidens Puppetit. Safe. Aber wenn nicht so viel Geld hat und trotzdem eine coole Pfeife will, der hat jetzt auch noch eine neue coole Option bekommen. Zum Zeitpunkt, wenn der Cast online kommt, wie so oft, gibt es auch schon das Video zu der Pfeife. Habt ihr vielleicht schon gesehen. Wenn nicht, schaut es euch gerne mal an. Wir reden von der Aladin Epochs 425. Die erste Steckpfeife aus dem Hause Aladin. Oh ja, finde ich sehr, sehr geil. Muss ich ehrlich sagen. Ultra nice. Lange drauf gewartet. Und was ich sagen musste, ich finde es vom Look her fast die schönste Aladin, weil der Schlauchanschluss integriert ist. Ja, bin ich auch absolut bei dir. Der Schlauchanschluss war bei der Optik von der Aladin immer so ein kleines Manko. Der war für die sehr filigrane, kleine und schlanke Pfeife doch ein bisschen zu groß. Da hätte es meiner Meinung nach ein gekürzter Schlauchanschluss besser getan. Oder ebenso wie es jetzt ist bei der 425 eingelassen in die Base. Wir haben einen Nachteil, wenn man so möchte. Die Base ist natürlich nicht mehr aus Edelstahl, sondern aus Pomm. Manchen Leuten gefällt das weniger gut. Aber muss man auch sagen, die Innenteile, wo Gewinde drin sitzen, sind alle aus Edelstahl. Und nicht nur das. Auch für den Schliffanschluss wurde extra nochmal ein kleines Edelstahlteil eingesetzt. Das heißt, die Schliffanschlüsse, die Gewinde laufen wie gewohnt bei Aladin und wir haben dann halt eine Pommbase, die mich jetzt ehrlich gesagt nicht juckt. Ich finde den Look mit einer Pommbase eh cool bei einigen Pfeifen. Ja, genau. Standard Class finde ich auch ganz cool, was dabei ist, muss ich sagen. Passt aber auch auf kleine Balls. Es sind glaube ich auch zwei Dichtungen dabei, also auch für verschiedene Balls. Und wie bei Aladin gewohnt, kommt das Ganze im Komplettset für 129,90 Euro. Ja, dann gibt es auch noch Codes, die man benutzen kann. Wie ist deiner bei Aladin? Meiner ist Code Directly. Directly, genau. Oder SWG geht auch. Und dann kriegt ihr noch ein kleines Goodie on top. Könnt ihr einfach an der Kasse oben rechts mit eingeben. Und dann gibt es da eben noch eine Kleinigkeit on top. Ja, aber coole Pfeife. Wie gesagt, wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, schaut euch sehr, sehr gerne das komplette Review an. Da gibt es dann alle Details. Eine Sache, die ich noch sagen muss, wo ich auch viel im Review drauf eingegangen bin. Es ist eigentlich im Grunde genommen eine Aladin Epochs 360, aber etwas größer und auf Steck umgebaut. Und dann eben noch mit ein paar Nuancen, die die Pfeife doch ein bisschen absetzen, von der Epochs 360. Aber im Grunde kamen bei mir sehr, sehr oft die Vergleiche zu der Epochs 360. Ja, würde ich auch so sagen. Obwohl ich sagen muss, ich würde am Ende die 425 vorziehen vor der 360. Für mich auf jeden Fall auch. Allein, weil ich halt viele kleine Steckbolls da habe. Und es extrem cool ist, dass man das jetzt endlich mit einer Aladin machen kann. Es gab ja vorher den Steckboll-Adapter, aber ich finde eine richtige Steckpfeife immer einen Ticken geiler. Vor allem Steckboll-Adapter musst du noch extra dazukaufen, auch wenn es bei alladin gewohnt nicht so teuer ist. Aber du hast da direkt eine Steckpfeife dabei und passt auf alle kleinen Steckbolls. Und sie ist halt trotz dessen, dass es eine größere Variante ist, nicht zu groß. Also sie ist immer noch eine handliche Pfeife, die ich auch zu Hause sehr, sehr gerne rauche. Ja. Tito. Und was anderes, was du in letzter Zeit sehr, sehr gerne rauchst, um zu unserem letzten News-Punkt zu kommen, der AF-Double-Kick. Ja. Ich habe den AF-Double-Kick jetzt auch mal getestet. Und ich muss sagen, geschmacklich finde ich den ein bisschen herber. Also ich finde, die Cooling-Note im Crystal-Double-Crunch hat so eine leichte Süße bei, die ich jetzt nicht vermisse, aber man merkt es auf jeden Fall. Und er hat mehr Throat-Kick. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich von der reinen Nikotinstärke wirklich einen riesen Unterschied spüre. Da muss man halt auch dazu sagen, wir sind absolut nicht die Zielgruppe für diesen Tabak. Der AF-Double-Kick wirbt eben mit einem höheren Nikotinanteil, geht aber trotzdem nikotinmäßig immer noch nicht in die Richtung von Dark Blend. Und da der Alex und ich eben sehr, sehr viel Dark Blend rauchen und wir genau diese Nikotinmenge gewöhnt sind, sagen wir mal, man könnte Nikotinwerte in Zahlen messen und ein Dark Blend ist bei 50 und ein Virginia ist bei 10, dann ist der AF-Double-Kick, weiß ich nicht, bei so einer 20, 25. Und das reicht halt für uns beide immer noch nicht aus, um auf dieses gewünschte Nikotin-Level zu kommen, um die volle Befriedigung an Nikotinzufuhr zu erfahren. Aber auch wir merken, dass da ein kleines bisschen mehr am Start ist. Und ich finde ihn, also abgesehen von diesem Nikotinfaktor, finde ich, ist es auch ein gelungener Doppelapfel. Alfacher konnte Doppelapfel schon immer. Und ich finde ihn sogar wieder ein bisschen interessanter als nur den Double Crunch. Ja, safe. Bin ich auch voll bei dir. Und AF ist bei mir einfach von der Doppelapfelnote der perfekte Doppelapfel zu mischen. Ja. Er ist halt nicht zu intensiv. Genau, nicht zu penetrant. Also Ravoshi ist halt over the top. Ja, da machst du 10% rein und das klatscht den ganzen Kopf weg. Genau. Und bei AF, wenn ich da Pinkman und letzte Zeit noch Can-Mint reinmache, ist es ein supergeiler Kombi. Ja. Und das ist auf jeden Fall auch ein nices Teil. Ja, genau. Und wo wir gerade bei AFacher sind, eventuell haben wir da im nächsten Shisha-Cast die ein oder andere coole Geschichte zu erzählen. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr, wenn ihr das hört, immer noch am Start seid. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Und dann hören wir uns beim nächsten Shisha-Cast wieder. Bis dahin. Macht es gut. Euer Marv. Und euer Alex. Sayonara. Ciao, ciao. Ciao.